Auf ein Bier meine Damen und Herren und heute, heute sprechen wir über Einhörner und Regenbögen und mit meinem speziellen Gast Angela Merkel. Ha! Plottwist! Wir sprechen gar nicht über Einhörner und Regenbögen und mein Gast ist auch nicht Angela Merkel. Ich spreche mit Johann Gebauer über Plottwists. Das war kein Plottwist, das war albern. Hallo, es war ein U-Turn, ist ja nichts dagegen. Quasi noch zweimal im Kreis gedreht. Aber könntest du bitte mal einen Podcast mit Angela Merkel über Einhörner und Regenbögen machen? Ich würde den hören. Ich warte da schon so lange auf eine Zusage und weiß echt nicht, woran es scheitert. Ey, ich die ganze Zeit vertröste dich, der Regierungssprecher, oder? Ja, nicht nur der, also, oder nicht mal der. Den konnte schon beim Heute-Journal nicht leiden, so. Oder war er von der Tagesschau? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur sagen, ja, wird es mal in Podcast kommen und so, bei uns kriegt es auch ausreichend zu trinken. Das ist richtig, da muss ich, muss ich, ja, da muss ich keine Sorgen machen bei der Hitze. Man soll ja auch hydriert bleiben, ja, sagen ja die Ärzte auch bei diesen Witterungsbedingungen. Genau, ja, QED und so weiter. Apropos hydriert bleiben, wir bleiben heute, glaube ich, unhydriert, denn wir zeichnen das auf um 11 Uhr morgens. Also ich habe hier einen Kaffee zum hydrieren. Ich auch. Ich habe einen Kaffee und ein Wasser. Ganz altmodisch. Aber ich meine, als Journalist, ein schwarzer Kaffee, der geht auch, also jetzt in deinem Falle, ja, mit irgendwelchem Zeug drin reingeschüttet, aber das müssen wir nicht weiter ausbreiten. Weißt du, das letzte Mal, wo wir über deine, über deine krankhafte Müller-Milchsucht gesprochen haben, ist ja auch schon ein Weichenherr, das müssen wir jetzt nicht wieder breittreten. Das ist nicht krankhaft. Ich könnte jederzeit aufhören. Ja, 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 klar. Sie produzieren das wahrscheinlich nur noch für dich. Ich habe ungelogen. Ich kenne niemanden, der das konsumiert, außer dir. Wahrscheinlich lohnt du, ja, unterhältst du alleine mit deinem Kaffeekonsum ein ganzes Werk irgendwo in Bayern oder so. Oder wahrscheinlich. Es ist sogar besser geworden, ja, die Vanilleknappheit irgendwo auf den, keine Ahnung, Kinderarbeits... Als ob da Vanille drin wäre. ...den Kinderarbeitsinseln vor Madagaskar oder sowas. Als ob da Vanille drin wäre. Ja, also natürlich, also mindestens komplett naturidentisch. Vanilleknappheit. Die Vanilleknappheit herrschte schon immer bei Müller-Wilch-Vanille. Wahrscheinlich noch nie welche drin. Also bitte. Ich bin mir sicher, da steht der Müller noch persönlich am Band und schabt die Schoten aus. Ja, klar, der Herr Müller. Bestimmt. Zusammen mit dem Herrn Nestle und dem Herrn Kraft. Jetzt wird wieder, jetzt kommt wieder die Kleinkrämerei. Ja, vielleicht ist es auch schon sein Sohn inzwischen. So, zufrieden? Nee, aber wir könnten trotzdem über Plot-Twists reden. Na gut. Es wäre ein Riesen-Plot-Twist, wenn wir jetzt doch nicht über Plot-Twists reden. Ja. Schon in zwei Stunden über Müller-Wilch, aber na gut. Ja. Ja, wir haben uns gedacht, schon vor einiger Zeit, reden wir doch mal über Plot-Twists. Das wird wahrscheinlich einen Disclaimer nötig machen, dass, damit wir über Plot-Twists reden können, werden wir ein, zwei, drei Plot-Twists exemplarisch spoilern müssen. Sie können sich vorstellen, dass wir Bioshock zum Beispiel nehmen werden, meine Damen und Herren. Also, wenn Sie aus irgendeinem Grund erstens Bioshock noch nicht gespielt haben, vorhaben es zu spielen und tatsächlich bislang verpasst haben, was es bei Bioshock am Ende für einen krassen Plot-Twist gibt. Oh, oh, oh. Oh, ich muss mehr Disclaimer, ich werde mehrere Spiele spoilern, nicht nur Bioshock. Also, wir sollten dann auch den vollen Disclaimer machen, hier werden sehr wahrscheinlich im Laufe dieser Diskussion einige ältere Spiele, also ich rede von Spielen in der Regel älter als zehn Jahre, wir werden keinen aktuellen Titel spoilern, das gehört sich nicht, aber im Laufe dieser Diskussion könnte es nötig sein, dass ich über Knights of the Old Republic, das einen sehr, sehr prominenten Plot-Twist hat, zum Beispiel spreche über die Final Fantasy-Reihe, also die alten, so Final Fantasy 7, 8, aber das sind Spiele, die sind teilweise älter als 15 Jahre, das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloi. Also nichts Aktuelles, aber Altes ist alles fair game. Ja, ich weiß nicht, aus dem FF raus, wahrscheinlich hätte ich so ein paar Sachen, die eventuell nicht ganz so alt sind sogar, also sowas wie vielleicht Heavy Rain, wenn die Sprache drauf käme, Spec Ops, The Line ist vielleicht auch noch keine zehn Jahre alt, aber sie sind auf jeden Fall alt genug. Ist Heavy Rain noch keine zehn Jahre alt und Spec Ops sind hier nicht so 2009 um die Ecke? Oder verwechsel ich das gerade total? Das kann auch sein, ich weiß es jetzt nicht mehr. Deswegen sage ich ja, ich habe es nicht direkt jetzt im Sinn, wann die erschienen sind, es könnte sein. Ja, oder Red Dead Redemption, also der erste Teil, also wir werden jetzt nicht Red Dead Redemption 2 spoilern oder das aktuelle Assassin's Creed oder sonst irgendwas aus der aktuellen Zeit. Das ist auch übrigens gar nicht notwendig, weil es gibt im etwas älteren Fundus gibt es genug Exemplare und vor allen Dingen genug Wegweisende, würde ich jetzt mal sagen, Exemplare, beziehungsweise welche, über die man reden muss, wenn man über Plottwists redet, wie beispielsweise Bioshock oder eben Knights of the Old Republic. Genau. So, das also, Sie sind vorgewarnt, meine Damen und Herren, es wird zu Spoilern kommen, zu älteren Spielen. Wäre das eigentlich, hätten wir den Disclaimer nicht gemacht, hätten dann einige gesagt, es war ein Plottwist dieser Folge, dass wir in Sachen spoilern, in einer Plottwist-Folge zu spoilern? Das ist eine gute Frage und da kommen wir auch schon zur Definition. Jochen Gebauer, was verstehen Sie denn unter einem Plottwist? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Definitionsfrage, weil eigentlich hätte ich als studierter Literaturwissenschaftler ja immer gesagt, dass es eigentlich eine relativ eindeutige Definition eines Plottwists gibt, nämlich, der Name sagt es schon, also der Twist für das Umdrehen sozusagen und der Plott, also für die Handlung, eigentlich sagt der Begriff ganz ursprünglich, dass es um eine überraschende Handlungswendung geht, also eine Wendung des Plots, die man eigentlich nicht kommen sieht. Das hätte ich über Jahre hinweg gesagt, das ist doch ziemlich eindeutig, was ein Plottwist ist. Aber in der modernen Anwendung dieses Begriffes, wenn ich da rausgucke und ich habe den Eindruck, dass schon so ein bisschen ein regelrechter Hype um Twists aufgebaut wurde, sowohl im Film-Serien-Bereich als auch mittlerweile im Spiele-Bereich. Da wird sehr relativ aggressiv von Marketing-Sachen dann mit, oh, das ist eine Geschichte mit vielen Plottwists und so weiter. Also in der geballten Häufung, wie man mittlerweile den Begriff auch im Spiele-Bereich sieht, habe ich den früher zumindest persönlich nie wahrgenommen. Und mittlerweile fällt relativ viel unter Plottwists, habe ich den Eindruck, wo ich jetzt sagen würde, das ist keine unerwartete Handlungswendung. Da passiert einfach irgendetwas in dieser Geschichte und dann geht man eben hin und deklariert das zum Plottwist. Man sieht das häufig, finde ich, mittlerweile auch gerade bei Spiele-Herstellern, die einem dann so einen Review-Guide schicken, also zusammen mit dem Review-Key. Wir nehmen sowas ja nicht entgegen, aber früher hat man das häufiger gesehen, gibt es offensichtlich auch immer noch, wo dann dezidiert steht, welche Plottwists man alle in seinem Testbericht nicht verraten darf. Und dann liest man drüber und gerade wenn man das gespielt hat und sieht, das ist kein Plottwist, das ist kein Plottwist, das ist kein Plottwist. Das sind einfach nur Handlungselemente in einer etwas komplexeren Geschichte, die dann so ein 30, 40, 50 Stunden langes Spiel gelegentlich mal erzählt und hier wird dann der Begriff auf irgendwas angewendet, wo dann der Hersteller vielleicht sagt, okay, welche Details zur Story wir rausgeben, das wollen wir selbst steuern, deswegen verbieten wir das der Presse. Und deswegen ist tatsächlich die Frage nach der Definition eines Plottwists ganz interessant. Ich würde ihn nach wie vor definieren als eine im Kontext der Handlung der Geschichte eine unerwartete Wendung dieser eben besagten Geschichte. Ja, da würde ich sagen, kann ich mit leben. Es wird natürlich dann immer sofort, es klingt jetzt erstmal, finde ich, sehr eindeutig, relativ flüssig, relativ griffig, klingt wie so eine Definition, mit der man super arbeiten kann. Aber es wird ja dann sofort kritisch, man sagt so, wo ist die Grenzziehung für überraschend. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das habe ich ja kommen sehen, das war ja ganz, ne, und da gibt es natürlich immer die sehr eindeutigen Fälle, wo man sagen kann, das hat so ziemlich jeder kommen sehen. Und es gibt dann aber wahrscheinlich auch immer sofort diese Grauzone, wo man sagt so, ne, weiß ja nicht. Ah, du, du, das ist ein extrem guter Punkt, aber eigentlich beginnt die Definitionssache und die Problematik noch früher, nämlich was ist ein Plott? Also bevor wir den zweiten Teil, quasi den Twist sagen, was ist denn eigentlich der Twist, was ist überraschend, kann man drüber diskutieren, was ist denn Plott? Weil einer der berühmtesten Spiele-Plottwists, zumindest wenn ich auf die ganzen Internetlisten gucke, ja, die zehn besten Plottwists aller Zeiten, ist, der Hauptcharakter von Metroid ist eine Frau. Ist das ein Plott? Ich glaube nicht. Und dann wären wir bei der Diskussion, ist das in unserer Definition ein Plottwist? Gibt es überhaupt einen Plott, der am Ende diese unerwartete Auflösung, es ist eine Frau, ist, da könnte man jetzt so und so diskutieren. Man könnte sagen, nee, das Spiel hat eigentlich keinen Plott, das Ursprüngliche, oder keinen, der das in irgendeiner Form als überraschende Wendung im Kontext seiner Handlung hergibt. Andererseits könnte man sagen, der Plott des Spiels ist zu einem gewissen Grade auch. Ich als Spieler sitze davor, sehe diese Figur im Raumanzug, nehme unwillkürlich an, gerade im Kontext der Zeit, das ist ein Mann und am Ende kommt die große Überraschung, es ist eine Frau, also doch Plottwist. Ja, und man könnte natürlich sagen, das ist eine überraschende Information über den Charakter, ja, und der ja zentral ist für die Handlung, die da enthüllt wird, wenn man so wollte. Du bist der Experte für diese alte Zeit, hat denn, hat denn, hat das erste Metroid denn überhaupt eine Handlung, wirklich, also über ein, dass es die Prämisse besiegt den bösen Obertypen XY? Naja, also, damals war ja nicht so viel Platz, um lange Geschichten zu erzählen. Denn es gibt halt eine Prämisse, du bist halt Samus Aran, glaube ich, Kopfgeldjägerin, wie man dann später ja erfährt. Und dann sind da diese Metroids, diese komischen Wesen, die die ganze Welt vernichten könnten und so weiter und so fort. Aber in der Zeit wirst du wenig Spiele finden, deren Handlung über, okay, wir führen jetzt mal ein, was ist denn das Thema, was ist die thematische, narrative Rahmung dieses Spiels und danach agierst du das jetzt erstmal aus. Aber auch das Spielen erzählt ja eine Geschichte. Du hast ja mit Wolfgang, glaube ich, über Emergent Storytelling sogar eine eigene Folge gemacht. Genau, das ist eben so eine interessante Frage. Also ich würde, selbst nach reiflicher Überlegung in Vorbereitung auf diese Folge sagen, ich würde das nicht unter eine Plottwist subsummieren, weil dafür hat das Spiel eindeutig einen großen Mangel, zumindest in meinem Kenntnisstand. Ich habe das auch mal gespielt, aber es ist ewig her, in meinem Kenntnisstand an eigentlichem Plot. Es hat eine Prämisse, aber es hat sowas wie einen Plot im literaturwissenschaftlichen Sinne eigentlich nicht, was nicht bedeutet hat, dass es keine Story haben kann. Auch da gibt es nochmal Unterschiede, wie wir dann bei der Tetris-Walkthrough-Folge festgestellt haben, wo wir uns unterschiedliche Tetris-Spiele angeguckt haben und überlegt haben, was erzählen die denn für eine Geschichte. Und zwischen Story und Plot ist nochmal ein Unterschied. Also ich würde es nicht als Plottwist im klassischen Sinne subsummieren, ich kann aber durchaus verstehen, warum es da ist, weil eine überraschende Wendung ist es, ist aber eigentlich keine überraschende Wendung des Plots. Das ist eigentlich eine überraschende Wendung der Prämisse. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Frage, wie will man es machen? Will man sowas alles unter Plottwist einsortieren und das als eine Art Oberbegriff verwenden und will man dann eben nochmal eine feinere Untergliederung vornehmen? Ich habe zum Beispiel einen Blogpost gefunden von einem der Autoren von Borderlands 2, der aus seiner Sicht Plottwists eingeteilt hat in vier Kategorien. Also den normalen Plottwist, den Non-Twist, wie er den nennt, das Non-Secretar und einfach Lügen. Also wenn die Geschichte sozusagen den Rezipienten anlügt, kann man auch machen sozusagen, dass man halt sagt so, hey, ich nenne jetzt alles ist irgendwie jede überraschende Wendung oder sowas, subsumiere ich unter einem Plottwist und dann mache ich halt Unterkategorien und sage halt, da gibt es diese verschiedenen Unterarten. Und er misst denen auch unterschiedliche Wertigkeiten zu und sagt außerdem wirklich erarbeiteten, vernünftigen Plottwist, der sich logisch aus seiner Handlung ergibt, die anderen sind alle scheiße. Und sowas wie dieser Metroid-Twist so, haha, und es ist eine Frau, das wäre wahrscheinlich in einer seiner scheiße Kategorien. So nach dem Motto, kommt halt einfach und hat aber keinen Bezug zu dem vorherigen Plott. Also die Abfolge von Ereignissen, die dann tatsächlich diese dramatische Erzählung ergeben sollen. Damit hat das nichts zu tun, das ist auch nicht herleitbar aus dem, was vorher geschehen ist, es hat keine Relevanz dafür und sowas. Es ist halt einfach nur ein Surprise, fertig. Hoffentlich war er nicht auch Autor des ersten Borderlands, das hatte einen Scheiß-Plottwist am Ende. Nämlich genau so einen, den er schildert. Ja, also er nimmt sogar ein Beispiel aus seiner Geschichte von Borderlands 2, gibt es auch einen Plottwist, eine überraschende Enthüllung über einen Charakter und erklärt, warum er der Meinung ist, dass er das scheiße gemacht hat. Ja, es war jetzt nur eine scherzhafte Überlegung am Rande. Ich würde sogar aber noch, wenn er vier Kategorien macht, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen in meiner literaturwissenschaftlichen Vergangenheit gewühlt und auch da nochmal ein bisschen geguckt. Also da gibt es das ja schon erheblich länger, dass man sich auch vielleicht auf so einem akademischen Niveau und Grad und Detailgrad, meine ich damit vor allen Dingen, mit sowas beschäftigt. Und ich würde tatsächlich auch mit einem feineren Kamm arbeiten. Also ich habe jetzt gefunden, so um die vielleicht 15 verschiedene Kategorien, die man wählen könnte. Also zum Beispiel, dass jetzt der Spieler oder der Rezipient wird belogen. Das kann man nochmal viel feindledriger machen, zum Beispiel, indem man, was ja häufig einem Plottwist, was häufig ein Mittel eines Plottwist ist, ist der unzuverlässige Erzähler, der sich am Ende als unzuverlässig herausstellt. Das ist ja ein Aspekt dieses, du wirst belogen, aber ja nicht die einzige Art und Weise, wie man diesen Effekt herstellen kann. Und gerade der unzuverlässige Erzähler ist halt etwas, der in der Regel sehr, sehr gut über einem oder mit einem Plottwist funktioniert, wenn er clever eingesetzt ist. Also hier könnte man, will ich nur sagen, diese Unterscheidung oder diese Definition, je nachdem, wie viele Zacken der Kamm haben soll, die kann man auch sehr feingliedrig treffen. Und je nachdem, welche Betrachtung man anstellen möchte, ist es wahrscheinlich sogar relativ hilfreich, sie so differenziert wie möglich zu betrachten. Ja, weil wir jetzt wahrscheinlich 15 Unterkategorien durcharbeiten wollen. Nee, nee, wir sind ja ein Bier-Podcast. Heute zwar ohne Bier, aber wir wollen ja auch über die besten und schlechtesten Plottwists der Spielegeschichte reden. Also zumindest unsere Spielegeschichte, unsere rein persönlichen Spielegeschichte und was sie so gut und was sie so schlecht macht. Aber so eine Definitionsdiskussion hilft schon. Genauso wie wenn wir jetzt darauf kommen, was du vorhin gesagt hast. Was konstatiert denn eine überraschende Handlungswendung? Es gibt ja Filme, Spiele, Romane, wo Menschen davor sitzen und sagen, das ist der schlechteste Twist, den ich je gesehen habe. Zum Beispiel ich bei The Village, diesem M. Night Shyamalan-Film, wo ich fand, dass der Twist quasi von der, ich weiß nicht, von den Opening Credits, ich habe die Prämisse gelesen und ich kannte den Twist. Und andere Leute finden das bis heute einen sehr überraschenden Plottwist. Also diese Sachen gibt es ja und da lohnt es sich drüber zu reden, ab wann ist denn was überraschend? Wie funktioniert denn grundlegend ein Twist? Mit welcher Art von Überraschung arbeitet der? Ja, lass uns doch vielleicht einfach mal mit dem Bioshock-Twist anfangen, oder? Ich glaube, das ist einer, der ist es, ich würde sagen, das lohnt sich erstens, weil die allermeisten Leute werden sagen, ja, ja, weiß ich, kann man gerne spoilern. Und zum anderen, ich meine, weiß ich nicht, mir würde, glaube ich, kein anderer Videospiele-Plottwist einfallen, der ein Spiel so erkennbar weit aus der Masse herausgehoben hat. Das ist nicht der einzige Grund, warum Bioshock auf einem Sockel steht, aber dieser Plottwist, würde ich sagen, hat daran einen essentiellen Anteil gehabt. Mir würde dazu eben noch das schon erwähnte Nights of the Old Republic einfallen, wo ich auch sagen würde, der Plottwist hat das Spiel nicht nur massiv, massiv besser gemacht, sowohl im Kontext seiner Zeit, diese Erzählung, die dort erzählt wurde, als auch jetzt in der Rezeption, sondern er war auch, war eines der Spiele, die den Plottwist am intelligentesten eingesetzt haben, weil sie sie noch mit einer gewissen Kernspielmechanik verknüpft haben, aber da können wir gleich zukommen. Das würde ich noch als zweites großes Beispiel nennen. Das steht für mich auf einer Stufe mit Bioshock. Auch wenn Bioshock der populärere ist. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht dann auch eher ein Schulterklopfen für die Qualität des Spiels. Ich habe das Gefühl, Bioshock wird jetzt gerade mit so vielen Jahren Abstand sehr stark fast nur auf diesen Plottwist reduziert, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ein Teil des Spiels dazwischen ein ziemlicher Durchhänger ist und dann halt auch einfach nicht so geil ist. Es gibt immer noch andere Sachen, die Eröffnung von Bioshock, da haben wir eine ganze Folge fast schon zu gemacht, wie geil die ist und so. Und ich glaube, Knights of the Old Republic ist wahrscheinlich vielleicht auch insgesamt durchgehend in seinem Genre betrachtet das bessere Spiel und deswegen ist dieser Plottwist vielleicht nicht so essentiell für die Identität in der öffentlichen Diskussion. Ah, ja, einerseits ja, andererseits ist er, glaube ich, sehr essentiell. Ich würde eher sagen, dass vielleicht in der Diskussion gerne mal unterschlagen wird oder nicht ganz die Wertigkeit drauf gelegt wird, dass man die Diskussion führt, nicht zuletzt, weil es eben diesen Plottwist auch noch an der strukturellen Stelle im Spiel gibt, die eigentlich, ja, jetzt kommt der langweilige Mittelteil und den entschärft das komplett. Ohne diesen Plottwist wäre das ein sehr langweiliger Mittelteil. Dann spoilern wir doch gleich einfach mal beide, damit die Leute auch wissen, worüber wir überhaupt reden. Also, für die Leute, die tatsächlich es nicht wissen, in Bioshock stürzt man am Anfang mit einem Flugzeug ab, dann schwimmt man zu einem merkwürdigen Leuchtturm und gelangt dadurch in eine Unterwasserstadt, die ursprünglich erbaut wurde von einem, nennen wir ihn mal wahnsinnigen Wissenschaftler namens Andrew Ryan. Und man wird dort, kriegt Kontakt zu einem Menschen namens Fontaine, der einen so durch das Spiel lotst und sagt so, ja, der Ryan ist der Bösewicht und du musst hier dieses und jenes tun, damit du hier wegkommst und damit wir den ... Ganz kurz, bevor das jetzt im falschen Hals gerät, dass es Fontaine ist, wissen wir nicht. Er heißt Atlas. Ja, er nennt sich erst Atlas, ja. Genau, das ist ja das Wichtige. Das ist auch ein Twist, genau. Aber der eigentliche Twist ist ja ein ganz anderer. Auf jeden Fall, man folgt dann quasi immer dieser Stimme, die über Funk einem verschiedenste Aufgaben stellt und die Spielfigur macht halt die ganze Zeit eigentlich total unlogische Dinge, indem sie sehr treu, doof einfach immer alles tut, was ihr gesagt wird, dass sie findet irgendwelche Spritzen, die sie sich sofort in den Arm rammt und so weiter und so fort. Und der Spieler nimmt das aber alles hin, weil, naja, Videospiel halt, ne? Du kriegst eine Mission gestellt und dann musst du die halt machen, ist ja überall so. Und der große Twist am Ende ist sozusagen, dass du mehr oder minder brainwashed bist, einer Gehirnwäsche unterzogen wurdest und dass es eine Art Schlüsselsatz gibt, mit der man dir Befehle einprogrammieren kann und zwar ist das das berühmte Would You Kindly. Und dann in der Rückschau fällt halt auf, dass dieser Atlas bis Schrägstrich Fontaine, der sich dann als der wahre Bösewicht entpuppt, die ganze Zeit, wenn er dir sagt, mach dies, mach jenes, diese Phrase Would You Kindly, also würdest du bitte dieses oder jenes tun benutzt. Und dann stellt sich also heraus, aha, das ist etwas, da hat dein Charakter keine andere Wahl und das ist deswegen auch wahrscheinlich ein so toller Twist gewesen, weil er eben auf zwei Ebenen funktioniert, nämlich erstens, dass jetzt hier dafür den Charakter erkennbar wird, wieso er so gehandelt wird und zum Zweiten, weil es einen Stereotyp, eine Trope, eine gelernte Sache in Videospielen unterwandert, nämlich genau dieses, ich bin halt, ich krieg halt eine Mission gestellt und dann habe ich halt keine andere Wahl, als der zu folgen und diese eigentliche Nichtfreiheit, die Ketten, an die der Spieler gelegt wird, werden hier narrativ auf einmal eingebettet und enthüllt. Und es ist gleich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie der Twist beim einen funktioniert und beim anderen möglicherweise nicht funktionieren kann. Denn bei mir hat der Twist nicht funktioniert. Und ich meine das jetzt gar nicht schulterklopfend, oh, ich bin viel schlauer als irgendwie alle anderen, weil meine Interpretation wäre, beziehungsweise meine These wäre, der Twist oder Twists im Allgemeinen funktionieren je besser, je weniger man sich mit dem entsprechenden Medium, ich sag jetzt mal, auskennt. Das klingt jetzt auch wieder so als die kleinen doofen Deppen dort draußen, so ist das nicht gemeint. Aber je naiver man an ein Medium herangehen kann, da ist es vollkommen egal, ob das Spiele sind, Filme sind, Romane sind, was auch immer, je weniger in diesem Medium man vielleicht schon konsumiert hat, insbesondere in dem Genre, in dem der Twist stattfindet, desto eher ist der Twist geneigt zu funktionieren, weil es eben, wie wir vorher gesagt haben, eine relativ beschränkte Anzahl, je nachdem wie fein man sie differenzieren will, aber eine relativ beschränkte Anzahl von Archetypen gibt. Und je mehr man sich in einem Genre und in einem Medium auskennt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einem dieser Archetypen schon so häufig über den Weg gelaufen ist, dass man ihn strukturell erkennt. Und so ging es mir damals beim ersten Bioshock, ich hab das auf Englisch gespielt, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser als auf, in der deutschen Übersetzung mit würdest du bitte oder würden sie bitte, ich weiß nicht, was es wörtlich ist, mir ist dieses Would you kindly halt spätestens in der dritten Mission oder so oder im dritten Level, hab ich gedacht, irgendwas stimmt mit dem Would you kindly nicht, niemand redet so. Das ist eindeutig eine Phrase, die in den übrigen Diskurs und die übrige Sprechweise von dem Atlas nicht wirklich reinpasst. Sie kommt in einer seltsamen Häufigkeit einfach vor, sodass am Ende ich irgendwie, bevor dieser Twist revealed wird, ich wusste natürlich nicht, was genau passiert jetzt, aber dass dieses, das mit diesem Would you kindly was nicht stimmt, war mir relativ klar, weil ich gedacht hab, niemand etabliert diesen Satz die ganze Zeit, die ganze Zeit ohne was damit zu machen. Und bei vielen anderen Leuten, die jetzt vielleicht, keine Ahnung, nicht so strukturell in der Analyse an sowas rangehen, nicht weil sie zu blöd sind, sondern einfach, weil sie sich davor setzen und sagen, Spiel unterhalte mich und das ist auch völlig legitim, aber bei vielen anderen hat das funktioniert. Der hat bei mir gar nicht geklappt. Hat bei mir wunderbar funktioniert, muss ich gestehen, ich hab's auch auf Englisch gespielt und könnte jetzt nicht mal mehr genau sagen, ob mir das tatsächlich als sprachliche Besonderheit überhaupt aufgefallen ist und wenn, hab ich's halt wahrscheinlich einfach abgeschrieben als, na gut, das ist halt so ein Tick dieses Charakters oder sowas. Also auch die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, muss nicht zwingend diese sein. Das Interessante ist ja, dass diese Art Twist eigentlich, aus den beschriebenen Gründen, sogar besser funktionieren sollte bei Leuten, die sogar sich sehr gut mit dem Medium an sich auskennen, weil, weil ich schon viele Computerspiele gespielt habe, akzeptiere ich, dass meine Spielfigur auch jede noch so dämliche Aufgabe nun mal erfüllen muss, weil ist halt ein Computerspiel. Es gibt einfach eine sehr limitierte Bandbreite an Handlungsoptionen, das ist halt so, das nehme ich einfach so hin, weil das habe ich gelernt über Jahrzehnte. Ja, wobei Bioshock ja noch ein schönes Spiel ist, dass dich immer mal wieder, es gibt ja diese berühmte Wahlmöglichkeit, willst du diese Little Sisters, wie sie heißen, willst du die, also so kleine Mädchen, willst du die retten oder möchtest du die aussaugen, um es jetzt mal ein bisschen zu umschreiben, also möchtest du die tatsächlich ausnutzen und dann wie so eine leere Hülle irgendwie wegwerfen oder möchtest du denen helfen, sind auch so, man könnte jetzt sagen, für jemanden, der Bioshock nicht gespielt hat, so mutierte kleine Mädchen. Das Spiel setzt dich ja immer wieder vor moralische Entscheidungen, die du dann treffen kannst und auch im Einzelfall treffen kannst und was ja ganz clever ist, dass es letztlich ein Spiel ist, um eine vermeintliche Entscheidungsfreiheit, bei der das Spiel nachher sagt, haha, nein, 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 hast du gar nicht, aber an den entscheidenden Stellen, damit ich noch quasi den Charakter mit Moral ausfüllen kann, überlässt es mir die dann doch, also in der Konstruktion sehr, sehr clever. Insgesamt sehr clever und da können wir ja sozusagen auch in eine Zielgerade abbiegen, weil was so ein Twist und ich finde auch insbesondere den Bioshock-Twist sehr befriedigend macht, ist halt, wenn er eben sich seinen Haken, den er da schlägt, schön erarbeitet hat und der passt halt auf so vielen Ebenen. Einmal eben dieser Meta-Kommentar über die Unfreiheit des Spielers, dann erzählt er sowieso eine Geschichte, auch über die Illusion des freien Willens, da passt es auch noch sunderschön rein und wenn du, ein, sag ich jetzt einfach mal, ein guter Twist, der sollte theoretisch zu erraten sein. Das heißt also, wenn du zurückblickst, dann denkst du so, ja stimmt, dieses Would You Kindly, das war schon die ganze Zeit da, hätte man merken können und man sieht an deinem Beispiel, hätte man tatsächlich merken können. Und wenn einem das Spiel dann trotzdem in diesem Moment die Scheuklappen von den Augen ziehen kann, dann denkt man so, ah, das hast du gut gemacht, clever, sehr schön. Denn auf einmal rückblickend dann diese Neuinterpretation des Erlebten, das ist so ein bisschen, als ob du halt auf einmal die Tür aufmachst und denkst, ach guck mal, da ist ja noch ganz viel da draußen. Ja, also ich wäre komplett bei dir, dass das einen guten Twist zeichnet aus, im Gegensatz zu einem vielleicht billigen, der natürlich gerne auch mal effektiv sein mag, aber so einen billigen Zirkustrick, zeichnet halt wirklich ein guter Twist auf, dass man zurückgucken kann und die ganze Zeit sagen kann, okay, hier hätte ich das ahnen können, hier hätte ich es eigentlich wissen müssen. Mein Gott, hast du mich auf den Arm genommen. Also ich zum Beispiel habe Sixth Sense, den Film von M. Night Shyamalan, vorher ein Negativbeispiel von ihm genannt, jetzt kommt das Positivbeispiel. Sixth Sense, ich habe den Nullkommen sehen, denn, obwohl, und Achtung, jetzt spoiler ich ein bisschen Sixth Sense, aber der Film ist auch schon uralt, obwohl eigentlich diese Twist-Kategorie, haha, der Erzähler ist in Wahrheit tot, nun auch in der Literatur und Co. eine vollkommen olle Kamelle ist, ja, 100 Jahre alt und wenn es überhaupt reicht, aber auf eine so clevere Weise das alte Ding genommen und umgesetzt, dass es zumindest mich, mich hat der Film voll abgeholt und am Ende sitzt du da und dann kommt diese Auflösung und dann guckst du zurück und ich habe sogar den Film danach nochmal mehr auf DVD gekauft, ich habe ihn im Kino gesehen, um ihn mir von vorne bis hinten anzugucken, weil mich interessiert hat, ist er ehrlich zu mir? Hätte ich das alles wissen können, wenn er mir, er verschweigt mir einfach nur diese eine kleine Sache, nämlich, dass der Charakter von Bruce Willis tot ist und ist er ansonsten ehrlich zu mir? Und ja, der Film ist ehrlich zu mir. Er cheatet an keiner Stelle, zumindest habe ich keine gefunden und dann sage ich, das ist ein gut konstruierter Twist. Ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das mit dem Brusthund der Überzeugung sagen kann. Ich habe zumindest den Plottwist von Nights of the Old Republic, den du so cool findest, das habe ich kommen sehen. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich den habe kommen sehen, weil ich es irgendwann vorher schon mal irgendwo gehört hatte und wieder vergessen habe oder ob es tatsächlich so war, dass ich gedacht habe, so aha. Damit ich nicht totalen Bullshit zusammen labere, erzähl du mal ganz kurz. Ich könnte jetzt den Twist erzählen, aber die Herleitung der Story von Kotor. Es ist ja sowieso schon wieder eine interessante Diskussion, wenn wir darüber reden, werden wir wahrscheinlich später noch, inwiefern Plottwist, Spoiler und so weiter, die ganze Diskussion. Inwiefern ist es schon ein Spoiler, wenn du weißt, dass eine Plottwist folgen soll? Da könnte man ja auch ganz interessante Sachen machen im Hinblick darauf, dass es für den Plottwist wahrscheinlich sogar halbwegs essentiell ist, dass du nicht weißt, dass einer kommt. So ging es mir jetzt bei Nights of the Old Republic. Ich habe das damals sehr kurz nach dem Release, auch in der englischen Version, bin extra nach Offenbach damals in so einen kleinen Laden gefahren, den es noch gab, weil der die englische oder US-Import-Version da hatte und habe das also neue BioWare-Rollenspiel, bin eigentlich kein Star Wars-Fan, aber neue BioWare-Rollenspiel muss ich haben, gespielt und direkt nach Release gespielt. Ich habe keine Testberichte dazu gekannt. Ich bin da sehr, sehr jungfräulich damals an die Sache rangegangen. Nights of the Old Republic beginnt damit, dass man an Bord eines Raumschiffes aufwacht. Genau. Und man so typisch Videospiele-Klischee-mäßig nicht so wirklich weiß, wer man ist. Also offensichtlich so ein bisschen Gedächtnisverlust und so weiter eine Rolle spielt, auch wenn das gar nicht groß thematisiert wird. Es gibt halt keine irgendwie Hinführung, wer bist du und was machst du hier eigentlich? Du bist halt irgendwie auf diesem Raumschiff, keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Also dieses typische Videospiel-Klischee von wir geben dir mal so diese Leere, diese blanke Hülle, die du danach mit Leben füllen kannst. Wir erklären das irgendwie mit Amnesie. Das wird ja bei Spielen immer ganz gerne gemacht, damit man der Figur keinen Charakter geben muss, sondern mit der Spiele diesen Charakter im weiteren Verlauf ausfüllen kann. Und gerade BioWare spielen mit viel Entscheidungsfreiheit, sehr Story-lastig und so bieten sich dazu an. Ich bin also damals damit hingegangen, habe gedacht, ja gut, typisches Videospiel-Klischee. Das Spiel hat ja im weiteren Spielverlauf auch noch diese Mechanik, dass man sehr gut und sehr böse handeln kann. Dunkle Seite der macht, helle Seite der macht. Da passt das ja ganz gut dazu. Und da bist du auf dem ersten Planeten unterwegs und dann stellst du fest, dass du jetzt im Kosmos dieser ganzen Star-Wars-Rahmen-Handlung, also bitte erschießen Sie mich nicht, wenn ich ein oder zwei kleine Ungenauigkeiten sage, weil da stecke ich offengestanden nicht so drin, aber man ist offensichtlich in einer Star-Wars-Welt, wo vor nicht allzu langer Zeit ein böser Sith-Lord sehr viele Dinge namens Darth Revan sehr viele Dinge in Schutt und Asche gelegt hat, wo es einen großen intergalaktischen Krieg gegeben hat, wo er nur mit Mühe und Not diesen ultra-bösen Sith-Lord hat bremsen können. Der, glaube ich, einen halben Planeten oder einen ganzen Planeten vernichtet hat und so weiter. Und jetzt ist anscheinend sein junger Schützling, der in seine Fußstapfen treten will. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Und nach dem ersten großen Planeten, der ist auch wirklich in der Handlung, ich würde mal schätzen, fünf plus Stunden mindestens, wenn nicht sogar noch länger, wenn man alles spielen will, kommt man halt zu irgendeinem Jedi-Hauptquartier und man denkt so, ah, ich bin hier der Auserwählte aus irgendeinem Grund, der hier jetzt den bösen Sith-Lord stoppen muss. Und dort erfährt man, nee, nee, du bist der böse Sith-Lord, denn die Jedi haben dich gefangen genommen, eine Art Gehirnwäsche unterzogen, also dir quasi sozusagen die Amnesie verpasst. Und jetzt bist du der Einzige, der seinen Schützling aufhalten kann. Bist du jetzt durch diese ganze Amnesie, bist du ein neuer, geläuteter Mensch und gehst auf die helle Seite der Macht? Oder bist du Darth Revan weiterhin und tust nur so, als würdest du hier vom Jedi-Konzil die Sachen erfüllen und in Wirklichkeit wirst du wie der Kalif anstelle des Kalifen. Und das ist also sowohl den Plot-Fist, ich bin Darth Revan, hab ich null damals kommen sehen. Wie gesagt, mag daran liegen, dass ich da sehr naiv an die Sache rangegangen bin. Ich würde allerdings auch sagen, dass es im Kontext der damaligen Zeit, also Knights of the Old Republic ist glaube ich schon 2003, also noch älter, deutlich älter als Bioshock, die Sorte Plot-Twist war ich damals in einem Computer- und Videospiel nicht mal ansatzweise gewohnt. Und er ist genau wie du vorher bei Bioshock so schön geschildert hast, er ist halt clever in der Hinsicht, das Spiel gibt dir diese gute und böse Variante. Und in der Regel, im Kontext der Handlungen, haben wir schon häufig drüber geredet, gibt's eigentlich keinen Grund, dass du die böse Variante spielst. Und hier präsentiert dir das Spiel wirklich einen guten Grund, die gute oder die böse Variante zu spielen. Also dieses ganze Moralsystem wird wirklich in den Kontext einer Geschichte gesetzt, wo du den ehemals bösen, galaxievernichtenden Sith Lord spielst, der allerdings möglicherweise auch geläutert sein könnte. Das ist ein echt cleverer Plot-Twist. Und der ganze Mittelteil des Spiels besteht daraus, dass man dann verschiedene Teile einer Sternenkarte zusammensuchen muss, also so der typische McGuffin. Ja, Suchteil A, B und C. Und hier ist jetzt der Mittelteil, wo auf jedem Planeten, wo so ein Teil dieser Sternenkarte rumliegt, so eine kleine Geschichte. Aber die eigentliche Hauptstory, die geht erst weiter, wenn du alles gefunden hast. Und dieser Mittelteil wäre viel langweiliger, wenn er nicht durch diesen Wow-Plot-Twist eingeleitet werden würde. Und ich glaube, das Spiel würde in der Rezeption wesentlich schlechter wegkommen. Ist immer noch ein gutes Spiel, keine Frage. Auch ohne diesen Twist. Aber es würde schlechter wegkommen, wenn dieser Mittelteil, der eigentlich das Potenzial hätte, auch stellenweise ziemlich langweilig zu werden, nicht immer unter dem Eindruck gestanden hätte von einem, das habe ich nicht kommen sehen. Wow. Ja. Und du hast ja schon richtig gesagt. Also Vorwissen. Vorwissen ist Wahrscheinlichheit so eine essentielle Komponente, inwieweit man von so einem Plot-Twist überrascht werden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, ich wusste, es gibt einen Plot-Twist in Kotor. Weiß nicht da gesessen und gedacht so, ja, ich weiß ja ein Plot-Wist, also suche ich nach den ganzen Hinweisen. Sondern bei mir war es ja so, ich habe das jetzt vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so. Wir hatten mal geplant, das für ein Altbäder zu machen. Da habe ich es nochmal nachgeholt, das Knights of the Old Republic. Und bei mir war es halt so, das Gewicht, dass dieser Figur von dem Darth Revan beigemessen wird, obwohl es ja eigentlich nominell einen ganz anderen Bösewicht gibt. Und dann eben die Existenz von diesem dunkle Seite, helle Seite System war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, ich weiß, was passiert. Das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, so okay, so einfach die Strukturen, die mir hier angeboten werden, erscheinen mir verräterisch. Aber das ist ja auch eine Form von Vorwissen. Also ob dem André von 2018, jetzt erscheinen sie verräterisch, hätten sie dem André von 2003 verräterisch erschienen. Genau. Und das ist ja auch nur noch eine weitere Komponente. Also da gibt es einfach zig Beispiele. Ist ja genauso auch im Film zum Beispiel. Im Film, wenn du schon sehr erfahren Filmzuschauer bist, dann hast du manchmal auch einfach so schon alleine vom Bauchgefühl häufig eine Ahnung, wie sich etwas entwickeln wird, wo jemand, der vielleicht noch nicht so viele Filme gesehen hat, sagt so, nee, das habe ich auch nicht kommen sehen. Also zum Beispiel der Zwischenschnitt auf irgendetwas. Filme zeigen dir gerne mal schnell zwischendrin ein Close-Up von irgendeinem Objekt. Und der erfahrene Filmzuschauer weiß irgendwann, okay, wahrscheinlich hat es eine Bedeutung. Die hätten diese Kameraeinstellung nicht gemacht, die hätten das nicht dazwischen geschnitten, sie hätten sich das gespart, wenn das nicht bedeutsam wäre. Und dementsprechend überlegt man dann schon, ob bewusst oder unbewusst, okay, was könnte diese Bedeutung denn sein. Es ist so ein bisschen hier wie bei The Usual Suspects, wenn am Schluss so aufgelöst wird, so, ah, guck mal hier, die Geschichte, die Kevin Spacey in The Usual Suspects erzählt, ist eine Fabrikation, ist ja auch ein Beispiel für den unverlässigen Erzähler. Und er hat sich das alles zusammengebaut anhand von Objekten, die in diesem Büro, in dem eine Art Verhör stattfindet, vorhanden sind. Und diese Objekte werden dir aber auch als Zuschauer gezeigt. Und je nachdem, wie erfahren du bist als Zuschauer, kannst du das schon als Hinweis deuten oder halt nur als ein, naja, dann sieht man halt mal eine Kaffeetasse. Ja, wobei, als bei den üblichen Verdächtigen ist es, also bei mir war es so, den Twist habe ich auch gesehen, aber nicht anhand dieser Objekte, sondern die üblichen Verdächtigen benutzen halt Chekhovs Gun. Also dieses, also wenn man sich halt auch so ein bisschen vielleicht schon mal in seinem Leben beschäftigt hat mit den ganzen Mechaniken, mit den ganzen Stilmitteln, die es gibt, mit denen Filmemacher, Autoren, Spieler, Designer und so weiter arbeiten. Und Kevin Spaceys Charakter ist die ganze Zeit am Rumhumpeln und der Plot tut nichts, aber auch gar nichts damit. Und irgendwann wurde mir halt klar und ich glaube, irgendwann, wenn du halt auf sowas achtest, wird halt so einem erfahrenen Filmschauer vielleicht schneller klar als jemandem, der noch ein bisschen naiver an die Sache rangeht. Das ist Chekhovs Gun. Irgendwann wird mit dem Humpeln was passieren müssen und irgendwann war das Einzige, was mit dem Humpeln noch passieren kann. Der geht raus und humpelt nicht. Genau. Was diese Chekhovs Gun-Geschichte sagt, also das kennt man ja, wenn du eine Pistole irgendwo zeigst, dann sollte das Ding hinterher auch gefälligst benutzt werden, ist ja im Grunde genommen, hey, wenn etwas nicht tatsächlich wichtig für die Geschichte ist, lass es weg. Und das ist natürlich eine schöne Anweisung, um Sachen auf den Punkt zu bringen und konzentriert zu machen und spannend zu machen. Aber wenn der Zuschauer das erst mal internalisiert hat, dann weiß er unbedingt, also wenn er auch das Vertrauen hat, dass der Filmemacher sowas genau so macht, dann wird er halt immer da sitzen und denken so, okay, das war zu sehen und das war vielleicht sogar jetzt nochmal in einer Nahaufnahme zu sehen. Und das machen die nicht einfach so, das hat einen Grund, weil sonst hätten sie es ja weggelassen. Ja, es hat sogar noch diese zweite Komponente, also erstens lass es weg und zweitens, eigentlich ist es ja, wenn du diese titelgebende Chekhovs Gun, also die Schusswaffe des Chekhovs sozusagen, wenn du die siehst im ersten Akt, dann muss die im letzten Akt benutzt werden. Und genau daran hält sich ja die üblichen Verdächtigen. Und das macht es so befriedigend tatsächlich, weil man die ganze Zeit mit diesem Humpeln dieses Kevin-Spacey-Charakters vertraut gemacht wird. Es taucht ständig auf, teilweise auch wirklich mit entsprechend szenisch in Szene gesetzt eben. Und dann nimmt man etwas, was dem Zuschauer am Ende so vertraut ist und macht damit was anderes. Also das macht es halt auch clever. Also das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das ist was, was man sich den ganzen Film erarbeitet und etabliert hat und am Ende kommt der Payoff. Ja. Könnte man natürlich aber umgekehrt auch sogar noch als Red Herring kategorisieren. Also ein Red Herring ist so eine falsche Fährte, die vom Autor gelegt wird. Und dass man nämlich auch dann die ganze Zeit natürlich sich denkt so, naja, der humpelt ja. Also der kann nicht dieser Kaiser Sosse, also der Oberbösewicht sein, bei dem man zumindest immer hier und da sozusagen, es kann einfach niemand sein, der eine so schwere Behinderung hat, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen schließt man den vielleicht aus der Liste der Verdächtigen auch aus. Ja, die Komponente kommt noch dazu. Schön, dass du es gesagt hast. Ach, der rote Hering. Ja. Gerne, gerne beliebt, insbesondere in so Detektivgeschichten und Co., wo offensichtliche, also falsche Spuren, die aber sehr, sehr offensichtlich gute Spuren sind, gelegt werden, damit eben die Ermittler zum falschen Verdächtigen kommen. Und am Ende wird dann eben in einer überraschenden Wendung der richtige genannt. Also klassische Fall wären sehr viele Sachen von Agatha Christie zum Beispiel, die ja sehr viel mit überraschenden Wendungen gearbeitet hat und extrem viel mit diesen Red Herrings. Ja, und das Besondere ist natürlich, dass er sich aber auch vielleicht sogar in erster Linie eher an den Zuschauer oder den Leser, den Spieler richtet, weil der soll auf die falsche Fährte geführt werden, damit die Überraschung hinterher gelingt. Und jetzt haben wir aber viel über, teilweise über Filme geredet. Ich meine, wir könnten noch über einiges anderes aus dem Twist-Bereich, ich meine, da gibt jedes Medium reichhaltig her. Und ich finde es auch immer wieder interessant, welche Twists bei einem funktionieren und bei einem nicht. Weißt du, bei Usual Suspects und Co. Und der funktioniert bei mir nicht. Sixth Sense funktioniert super. Ende ist Game zum Beispiel, Roman. Gibt es auch eine Verfilmung, die ist aber nicht sonderlich gut. Eine neuere Roman von Scott Austin Card. Da wusste ich sogar, das Ende soll ein ultra krasser Plottwist sein. Und ich habe den 0,00 nichts beim Lesen kommen sehen. Übrigens sehr empfehlenswert, das Spoiler ich an dieser Stelle nicht. Aber bei Spielen wiederum, klar, es gibt genug Spiele, im Laufe der Zeit sind genug erschienen mit Plottwists und Co. Aber so richtig, richtig gute Plottwists, wie man sie jetzt vielleicht in anderen Medien nennen könnte, vielleicht müssen wir auch einfach noch ein Weilchen warten, bis entsprechende Sachen erschienen sind. Aber er hat das Medium jetzt einfach mal so als These in den Raum gestellt, die man danach diskutieren kann. Hat es das Medium dadurch, dass es eben einen ziemlich elementaren Bestandteil der Kontrolle dem Spieler geben muss, schwieriger mit klassischen Plottwists zu arbeiten, weil die dann nicht mehr so gut funktionieren? Gute Frage. Der Einfluss des Spielers auf die Erzählung ist ja trotzdem eigentlich meistens noch relativ gering. Von daher wäre meine Bauchantwort erstmal wahrscheinlich nein. Ich würde vielleicht eher sagen, wahrscheinlich sind halt gute Plottwists echt, echt, echt schwierig. Also aus den genannten Gründen. Also eigentlich ein richtig guter Plottwist sollte vorhersehbar sein, aber eben so geschickt in die ganze Story eingewoben, dass ich trotzdem davon überrascht werde. Also die Tatsache, dass du sagen kannst, ich habe es kommen sehen bei Usual Suspects, ich zum Beispiel nicht, ist halt eigentlich sogar eher ein Beleg dafür, dass es ein guter Plottwist ist. Es darf halt nur nicht so sein, dass es jeder kommen sieht, sondern aber das ist die Tatsache, dass man das eben auch wirklich sich erarbeiten kann, ist eigentlich erstmal schon, es ist zumindest kein Negativkriterium, vielleicht sogar ein Positivkriterium, solange ansonsten das Ganze gut ausgeführt ist. Und vermute mal, richtig gute Plottwists sind halt insgesamt eher selten. Wenn man das jetzt so eine Per-Capita-Zählung machen würde und sagt, okay, es gibt so und so viele Filme in der gesamten Geschichte des Films und dann haben x Prozent haben einen richtig guten, anerkannt guten Plottwist. Und das dann auch auf Spiele umlegt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel schlechter das Medium-Spiel abschneiden würde. Ich würde tendenziell sagen, doch erheblich schlechter. Wenn ich im Kopf, rekapituliere, richtig gute Plottwists. Aber da müssen wir jetzt gar keinen so Medienschwanz-Vergleich machen. Denn so zu der These, die ich aufstellen wollte, mit einem haben das Spiele vielleicht schwieriger, beziehungsweise vielleicht bei mancherlei Sorte Plottwist. Dafür haben sie andere. Ich meine, so einen Bioshock-Plottwist zum Beispiel, der funktioniert eigentlich nur im Medium-Spiel. Was ihn wiederum relativ brillant macht. Also das Medium offeriert natürlich dann auch neue Dinge, um aus alten Kamellen wieder was Neues zu machen. Aber Heavy Rain hast du zum Beispiel genannt. Also ich meine, der große Plottwist bei Heavy Rain ist ja, man jagt ja die ganze Zeit einem Origami-Killer, also einem Serienkiller hinterher. Und der große Plottwist ist einer der spielbaren Charaktere des Spiels, ist der Killer. Und ja, das Ding hat Plottlöcher noch und nöcher. Also wenn du nachher drauf guckst, dann guckst du eben zurück und sagst, das da vorne ergibt keinen Sinn und das da ergibt keinen Sinn. Aber ich habe den Eindruck, der Twist gilt auch bei vielen, nicht bei allen, aber es gibt viele, die sehr, sehr aggressiv den Twist scheiße finden von Heavy Rain. Und ich habe den Eindruck, das passiert bei vielen auch, weil das Erlebte, ich habe mit dem Charakter etwas gespielt, am Ende was anderes ist, als wenn ich über den Charakter nur gelesen hätte oder ihn nur als Protagonist in einem Roman gesehen habe. Also wenn so ein Charakter-Reveal kommt, der Charakter ist nicht der, von dem du denkst, dass er das ist, dann tut sich damit, glaube ich, das Medium-Spiel schwerer, weil man selbst den Charakter als Spieler im Laufe von teils mehreren Stunden schon irgendwie ausgefüllt hat und dann am Ende sagt, das ist nicht mein Charakter. Das ist nicht der, den ich gespielt habe. Also erstens, da würde ja das Kotor-Beispiel schon dagegen sprechen, weil der wird ja allgemein als befriedigend empfunden. Und da bist du ja auch der Böse. Ja, aber der, nee, du bist ja nicht der Böse. Du warst mal der Böse, bevor du, genau, du warst mal der, bevor du gespielt hast. Der, den ich jetzt gespielt habe, ist mehr oder weniger eine gehirngewaschene, leere Höhle. Genau wie bei Bioshock. Das funktioniert für mich. Hättest du mich vorher irgendwie den Darth Revan spielen lassen und dann irgendwann revealed, dass, oh, du bist ja der Böse Darth Revan, wäre das was anderes gewesen. Ja, also zumindest, es enthüllt ja trotzdem Details über deinen Charakter, die du erstens nicht selber ausdefinieren kannst, sondern die werden dir ja auch obtruiert von der Story und zum anderen sind die nicht positiv. Also zu einem gewissen Grade, finde ich zumindest, ist es schon immer noch vergleichbar. Nee, finde ich gar nicht, weil mein Charakter, der hat ja keine Charaktereigenschaften. Die wurden ihm ja jedimäßig weggedingst. Also ich meine, klar, diese, diese, diese relativ plumpe Geschichte, Jedi haben hier alles quasi deine Persönlichkeit ausgelöscht, ja, und alle Erinnerungen daran, die ist ja, ist zwar relativ plump, aber die ist da. Also der Charakter, den ich hier spiele, der kann, das ist ja die schöne Option, die er mir gibt, ja, ich kann dann sagen, ja, der Charakter, den ich hier spiele, ja, ihr habt gedacht, ihr hättet hier Darth Revan ausgelöscht, aber haha, ja, oder ich kann einfach schwein, ich bin nicht der. Das, das gibt mir das Spiel ja explizit, das macht's ja gerade klug. Wenn ich dir, dass es das klüger macht, ja, ich sag ja nicht, deswegen sag ich nicht eins zu eins, ich sag nur, der Aspekt ist ja nicht verloren. Wenn ich dir jetzt sage, Jochen, du hast vor 20 Jahren ein, keine Ahnung, einen ganzen Kindergarten abgestochen, aber, ne, wir haben dich das vergessen lassen, du bist jetzt jemand anders, dann würde das wahrscheinlich trotzdem deinen Blick auf dich selbst erheblich verändern. Was war das für ein Kindergarten? Ja, genau. Waren es hässliche Kinder? Ja. Aber der viel wichtigere Punkt ist sowieso, bei Heavy Rain ergibt es so frappierend keinen Sinn, ja, dass es deswegen scheiße war. Also du, bei Heavy Rain alleine schon, du hast ja bei Heavy Rain eine spielerische Rahmung in dem Entscheidungs- und Dialogsystem, das so funktioniert, dass du sagst, die Gedanken deiner Figur schwirren da durch die Gegend und du wählst die aus. Und wenn ich einen Einblick in die Gedanken meiner Figur bekomme, die offensichtlich dann hinter der Origami-Killer ist und das dort nie irgendwo auftaucht, selbst wenn es vom Kontext her extrem wahrscheinlich wäre, dass der Origami-Killer in dieser oder jener Situation mal was ganz anderes denkt, dann denkt man sich halt, ja, fuck you. Das ist halt verarscht. Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, ja, aber das Spiel mit dem unzuverlässigen Erzähler. Der unzuverlässige Erzähler, der, wenn Heavy Rain ein Roman wäre oder ein Film wäre, wäre meine These, wird das wesentlich besser funktionieren, weil man den unzuverlässigen Erzähler dann eher abnehmen würde. Ich würde nicht sagen, das ist immer noch keine vielleicht besonders berauschende Geschichte und Plotlöcher wären immer noch vorhanden, aber der Film oder der Roman kämen wesentlich besser davon von, ja, ja, du hast die ganze Zeit das gesehen, was dir der unzuverlässige Erzähler sozusagen vormachen wollte. Aber sobald ich daran beteiligt bin, sobald ich das bin, der das gespielt hat, und es gibt ja berühmte Szenen in Heavy Rain, wo man dann sagt, das kann überhaupt nicht so gelaufen sein, wie das Spiel am Ende bei der Auflösung sagt, weil ich hab doch was anderes gespielt. Und hätte man das nur gesehen oder nur gelesen, dann käme die gleiche Geschichte viel besser davon mit einem, ja, ja, das hab ich dir erzählt. Das heißt noch lange nicht, dass es passiert ist. Aber hier saßen die Leute davon haben, gesagt, ich hab das gespielt. Aber selbst da wäre ja notwendig, überhaupt erstmal einen Erzähler zu etablieren. Also wenn du bei The Usual Suspects, wenn es nicht diese, diese Rahmung gäbe, dass Kevin Spacey Dinge erzählt und du dann hinterher akzeptierst, ja, okay, diese Erzählung war eine Lüge, weil er selber der Böse ist, ja, dann würde das, wenn das einfach nur der Film wäre, dann und am Schluss kommt irgendwie sonst wie diese Wendung, dann würdest du ja auch sagen so, ja, Moment mal, ist es ja in dem Moment eben diese offensichtlich böse, durchtriebene Figur, die hier gelogen hat. Und jetzt in dem anderen Fall ist halt David Cage, der selektiv sagt so, okay, bei der einen Figur von mehreren, die du gespielt hast, da hab ich, da war ich halt jetzt unzuverlässig, da hab ich dich halt verarscht. Und das ist halt so, kannst du machen, ich kann, ich kann mir, ich kann mir zu jedem Bullshit was zusammenreimen, wo ich sage, ja, so oder so ergibt's dann vielleicht doch irgendwie einen Sinn. Aber das macht's dann nicht gut oder zufriedenstellend oder sonst irgendwas. Genau dieses Ding, so nach dem Motto, hey, da hätte man drauf kommen können oder sonst irgendwas, das ist halt alles mir weggenommen. Wobei, jetzt haben wir ja was definiert und du gerade auch wieder, nämlich dieses, man hätte ja drauf kommen können, so als Merkmal, vielleicht als Grundwesenszug eines guten Twists. Und jetzt könnte ich wieder an den Anfang zurückgehen, ja, mit Metroid. Man kann nicht kommen sehen, dass das eine Frau ist. Also, theoretisch kann man natürlich sagen, ich bin da reingegangen, ich hab überhaupt nicht an irgendwie sowas gedacht. Aber ich mein, diese, und natürlich arbeitet er auch dort mit dem Klischee, ein Videospielehelden sind ja Männer und so weiter. Aber man kann jetzt nicht davor sitzen, glaube ich, und sagen, oh, ja, da gab's den Hinweis, da gab's den Hinweis, da gab's den Hinweis. Und trotzdem wird das als ein guter Twist anerkannt. Also es scheint nicht zwingend notwendig zu sein. Nein, es ist heute einfach keiner. Die Leute irren sich. Was soll daran ein guter Twist sein? Es ist eine gute Überraschung oder sonst was. Aber es ist halt einfach, das ist kein guter Story-Twist. Also warum sollte es sein? Es gibt ja überhaupt kein Merkmal. Wir haben ja drüber gesprochen. Es hat keinerlei Relevanz. Aus heutiger Sicht ist sogar diese Überraschung, hoho, es ist ein Mädchen, debattierbar. Man kann entweder sagen, das unterwandert sozusagen einen Stereotyp. Oder man kann sagen, dass die Entwickler dachten, dass das was ist, wo wir hinterher alle sagen, so, ja, das gibt's ja nicht. Was für eine Frau soll das gewesen sein? Aber, äh, weiß ich nicht, wüsste nicht, warum man das als einen guten Plottwist kategorisieren sollte. Ja, es ist ja sowieso, äh, auch da sind wir jetzt halt wieder bei der Definition des Ganzen. Ein anderes, sehr berühmtes Beispiel ist ja Final Fantasy 7, wo es dann demnächst mal den ersten Teil eines, ich will gar nicht wissen, wie viele Teile das werden, Remakes äh, geben soll. Oder, ähm, äh, da gibt es ja eine relativ berühmte Stelle, der Tod von Aerys, ja, auch YouTube rauf und runter gerne genudelt, das ist eines der plakativsten Beispiele für, ähm, Plottwists in Videospielen. Also, eine der frühen Partymitglieder und frühen, äh, Figuren, die für den Plot relevant wird, mit der man sogar als, als Hauptfigur, Cloud, wie er heißt, ähm, so ein bisschen, so eine leichte Romanze schon mal beginnen kann, ähm, wenn man das möchte und so leichte romantische Sachen auftauchen, wird dann vom Oberbösewicht des Spiels relativ früh in einem echt extrem umfangreichen Spiel. Also, relativ früh bedeutet dann nach, keine Ahnung, 20, 25 Stunden oder so, weil man kann locker über 100 mit Final Fantasy VII verbringen, ähm, wird dann vom Bösewicht in einer, der überraschend auftaucht, ihr ein Schwert durch den Bauch, äh, jagt und sie umbringt. Und dann gibt's noch so eine kleine, äh, Beerdigungsszene sozusagen, äh, äh, im Wasser und Co. Ähm, dann am Ende. Aber der Tod von Aerys ist einer der, ähm, der definierenden Plottwist-Videospiel-Momente, würde ich sagen, für eine ganze Generation, nämlich so die, die PlayStation-1-Generation. Und da könnte man auch drüber diskutieren. Ist das ein Plottwist? Könnte man bestimmt. Ich wollte gerade sowieso fragen. Also, ich, ich hab Final Fantasy VII gespielt, aber nicht bis zum Tod von Aerys. Und, ähm, das ist halt die Frage, wie relevant ist das? Also, ist das halt auch so ein überraschendes Ereignis? Also, ich kann verstehen, warum das gerade im Kontext seiner Zeit und wahrscheinlich vielleicht sogar noch bis heute so eine Überraschung war. Weil Aerys war ja auch ein Party-Mitglied, ne? Oder? Ja, ja. Als der Frühen. Genau. Und das ist ja das Ding, ne? Du hast ja noch seine Party und auch noch in so, in dem Kontext dieser japanischen Rollenspiele, wo für meine Begriffe wahrscheinlich es auch sehr unüblich ist, ne? Du, diese Figuren, die päppelst du hoch, die levelst du auf. Und dann ohne dein Verschulden, ohne dein Zutun stirbt die und auch unwiederbringlich. Nicht, ich lade mein Safe-Game, weil jemand umgekippt ist in meiner Party. Das ist ja auch etwas, das ist ja auch eine Genre-immanente Überraschung, wenn man so möchte, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also, zum damaligen Zeitpunkt ein. Das Spiel nimmt mir hier einen der vermeintlichen Protagonisten, ist gar keiner, weg. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Samuel L. Jackson in Deep Blue Sea. Game of Thrones. Bitte? Game of Thrones. Oder Game of Thrones, genau. Das ist halt die Sorte, die Sorte Plot-Twist. Die dann passieren kann. Also, wo du denkst, okay, die Figur hat sozusagen diese Plot-Rüstung an. Es gibt ja im Englischen diesen Begriff Plot-Armor. Ja, was bedeutet, der Figur kann nichts passieren, egal wie schlimm es für sie in einzelnen Situationen sein wird, weil der Plot braucht sie noch. Also, du denkst, die Figur hat Plot-Armor. Auch da wird mit einem Klischee gespielt. Und dann stellt sich raus, hat sie gar nicht. Und einerseits funktioniert es natürlich auf der Ebene sehr, sehr stark damals. Andererseits hat es bei mir persönlich, und da ist dann wahrscheinlich auch wieder die Frage, wie sehr hat man das Spiel optimiert als Spieler? Und wie sehr hat man auf die Figur zugegriffen? Wenn ich die Figur langweilig finde und bei der erstbesten Gelegenheit aus meiner aktiven Party rausschmeiße und auch sonst selten mit ihr interagiere, wird der Plot-Twist lange nicht so gut funktionieren, wie wenn man das so wie ich macht, die Figur besser zumindest findet als die andere Romance-Option sozusagen im Spiel. Dann war sie auch noch eine Heilerin, was ich sowieso ganz hilfreich fand. Und dann hab ich halt auch wirklich, bin ja so der Optimierer bei der Sorte Spiel. Und dann gibt es da sowas in Final Fantasy VII, nennt sich Limit Breaks, sind so Spezialfähigkeiten. Und die levelt man hoch, indem man, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, wenn doch, dann sehen sie es mir nach. Aber die levelt man, wenn ich mich nicht irre hoch, indem man die vorige Stufe einfach häufig benutzt. Und dann hab ich mich halt hingesetzt und hab gegrindet. Ich wollte halt Eris hochgrinden. Und da waren dann halt irgendwie zehn Extrastunden am Arsch. Ja, und dann saß ich halt davor und hab gesagt, Zephy Ross, hier der Oberbösewicht, wir beide, wir haben ein echtes Hühnchen zu rupfen, du und ich. Ja. Ja, das ist halt das Ding. Also, was interessant wäre, ist halt, ist das tatsächlich auch, außer dass es eine dramatische Wendung natürlich ist, aber wie, wie, wie viel Einfluss hat das auf den Plot? Es gibt ja die Möglichkeit, du hast eine Figur, die stirbt und, keine Ahnung, diese Figur war vielleicht das moralische Gewissen eines anderen Charakters, der dann komplett aus der Bahn gerät. Ist ja auch etwas, was so eine, fast schon eine Trope ist inzwischen. Ja, und dann ist es natürlich hochrelevant, dass diese Figur sozusagen rausgenommen wird aus dem Spiel, weil das die Charakterentwicklung einer anderen Figur dann weiterhin vorherbestimmt und so weiter. Versus ist es halt jemand, der war da und dann ist er weg. Ich nehme mal an, dass das bei Final Fantasy 7, dass sich das Spiel das schon in irgendeiner Art und Weise erarbeitet haben muss, weil sonst hätte es diese Wirkung auf die Leute nicht gehabt. Ja, ja. Also, Aerys spielt lange genug eine prominent genuge Rolle, auch innerhalb der Geschichte, um sich diesen Moment zumindest zu erarbeiten. Der Grad ist dann natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie häufig du sie benutzt hast. Aber das finde ich eigentlich relativ clever. Also, ich finde es sogar ziemlich clever, dass da eben der Entwickler da saß und gesagt hat, hey, wenn du die hochgrinden möchtest, noch und nöcher. Also, ich meine, das muss man ja auch erst mal einbauen, diese ganze, du kannst dann noch ihre Limit Breaks und wie ich es genannt habe, erhöhen. Für einen Charakter, von dem man weiß, an dem Zeitpunkt, wo du dir das alles zusammengegrindet hast, wirst du es nie mehr brauchen, weil er stirbt sowieso. Aber wir bauen es trotzdem für den Charakter ein. Ja. Da gibt es ein anderes Spiel, Gladius, von LucasArts, Rundenstrategie-Spiel im alten Rom. Und das hat auch einen Plottwist, der, das ist echt lange her, ich habe das auf dem Gamecube gespielt. In meiner Erinnerung ist die Wendung in der Handlung nicht so schön verdient, weil da verrät dich dein bester Freund im Grunde genommen auf der ganzen weiten Welt. Er ist auch ein Charakter in deiner Party und der wechselt dann die Seiten. Und dass das dann passiert, das war sowas, wo ich damals, glaube ich, gedacht habe, so weiß nicht mehr, dass dieser Charakter das macht, damit bin ich sehr unzufrieden. Aber ansonsten war das sehr brillant und aber auch gleichzeitig sehr frustrierend, weil das passiert kurz vor Ende des Spiels. Und das ist eine Figur, die hatte ich wirklich gehegt und gepflegt und hochgelevelt und sonst irgendwas. Und das war ein sehr herber Verlust in dem Moment. Und das war wirklich so ein, nein, die ist jetzt weg, what the fuck? Ja, und dann tritt er hinterher, glaube ich, noch auf der Gegenseite an und sowas. Das ist auch noch so ein so krass geleveltes dummes Schwein. Aber du fühlst diesen Verrat. Ja, das ist aber, das ist aber, also ich glaube, ich müsste jetzt gucken, also das ist halt, klingt wie Final Fantasy 4. Ja, also wenn man gucken will, wo das herkommt. Das war das früheste Erlebnis, was ich jemals mit einem Charaktere in meiner Party machen, Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, festgestellt habe. Also der, da hast du nämlich auch so einen Fall mit dein bester, dein bester Kumpel und so weiter und du levelst ihn hoch und Co. Und dann kommt er später als Bösewicht wieder. Dann kannst du ihn zwar trotzdem wieder rekrutieren und so, aber ich saß da auch davor und hab gedacht, du Arsch, du Sack. Ja, aber das ist halt so, das ist halt nochmal so ein Fall von, ich respektiere die Schüspe, die die Entwickler hatten, das zu machen. Aber als Spieler saß ich davor und hab gedacht so, what the fuck? Weil das bedeutete für mich, dass ich dann irgendwelche unterlevelten Charaktere hatte und musste dann irgendwie gucken, mit denen dann jetzt wieder klarzukommen und es war ehrlich gesagt spielerisch sehr schwer zu verdauen, aber erzählerisch, dass sie das gemacht haben und sowas, war natürlich schon ziemlich cool an sich. Dabei fällt mir was anderes ein, weil Final Fantasy 4 in der Hinsicht auch ein schönes Beispiel dafür ist, was das Medium gut kann. Denn eine Unterabteilung der Plotwists ist der Deus Ex Machina, also der Geist aus der Maschine. Wenn am Ende irgendetwas passiert, was wirklich so eher so eine Art göttlicher Eingriff ist, der doch nochmal alles zum Guten wendet, also etwas, was sich die Handlung eben nicht verdient hat und etabliert hat. Ein sehr berühmtes Beispiel, wenn die Adler von Herr der Ringe, die am Ende nochmal schnell auf den Mount Doom fliegen und Frodo und Sam rausholen und man so sagt, ach, wenn das geht, warum sind sie nicht direkt damit hingeflogen? Und diese Deus Ex Machina sind in der Regel etwas bei Filmen, bei Romanen, wo man sagen würde, wenn man die sieht, so ein, boah, jetzt wird's halt wirklich, wirklich mies. Insbesondere ist das so ein Trope, das sich auch sehr, sehr schnell abgenutzt hat. Also vielleicht bei den ersten paar sagt man noch ein, oh, na gut, wegen mir, naja, gut, anders konnte das nicht auflösen, aber irgendwann sitzt zumindest ich davor und denke mir, wenn ich noch einen Deus Ex Machina sehe, ach, und dann gibt es Spiele. Und wenn man selbst investiert ist als Spieler und Spiele einen Deus Ex Machina-Moment clever einsetzen, kann der echt gut funktionieren. Und da war das früheste Beispiel eben auch Final Fantasy 4, wo man im Laufe des frühen Spiels bekommt man so einen Mädchen, ich hab den Namen vergessen, das ist so eine Beschwörerin-Klasse, ein kleines Mädchen, die bekommt man, die rettet man und bekommt man zur Seite gestellt, das Party-Mitgl, ich hab die auch aufgepäppelt und dann der Plot verlangt halt irgendwann, ich glaub, der erleideste Schiffbruch und dann bist du halt wieder alleine. Und dann kommt die später als junge Frau im Laufe der Handlung zurück, nämlich just in einem Kampf, den du alleine nicht gewinnen kannst. Und dann kommt sie wie dieser Deus Ex Machina eben aus heiterem Himmel und irgendwie notdürftig erklärt, wo sie jetzt herkommt und ausgerechnet zum richtigen Zeitpunkt. Ist auch wurscht, weil du sitzt davor und mir ging's insbesondere so. Ich hab immer wieder den Kampf ausgemacht, beziehungsweise Super Nintendo neu geladen, bevor es zu diesem Moment kam, weil ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich hab halt schon realisiert, das geht wieder schief. Und dann nach dem zehnten Mal oder so hab ich weit genug den Kampf laufen lassen, dass sie plötzlich auftaucht, um richtig Backenfutter zu verteilen. Und das war ein Deus Ex Machina, der im Plot echt nicht gut funktioniert, aber wo du als Spieler, weil du eben investiert in das Spiel bist, viel investierter, als du wahrscheinlich in einen Roman oder in einen Film je sein würdest, da sitzt und sagst, oh, ist das gut. Ja gut, das ist halt so wie, wenn du in einem sehr schwierigen Spiel einen Exploit findest. Es ist man auch da und sagt, wahrscheinlich kein gutes Game Design, aber danke, nehm ich mit. Ich nutze alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Ja, aber ich find's ganz interessant, wie durch die Interaktivität etwas, das in jedem anderen Kontext, in jedem Roman, in jedem Film, wer dieses, sie taucht plötzlich und auch noch irgendwie relativ unerklärlicherweise, weil so viel Zeit ist nicht vergangen, als junge Frau wieder auf, würde man davor sitzen, würde sagen, das ist richtig, richtig schlecht und hier saß ich davor mit einem, das ist richtig, richtig geil. Ja gut, aber wenn du, wenn du nur auf die Story schauen würdest, würdest du das wahrscheinlich dann nicht sagen. Ja klar, aber es ist ja nicht nur die, das ist ja das, was ich meine. Es ist bei einem, weißt du, bei einem passiven Medium ist es letztlich nur die Story und alles, was damit zusammenhängt. Bei einem interaktiven Medium ist es noch so viel mehr, nämlich dieser Kampf, den ich gerade die ganze Zeit nicht gewonnen habe. Ja, es gibt einen Grund über diesen Fehler, wenn man ihn so nennen will, hinwegzusehen, weil du hast andere Vorteile, die du daraus ziehst. Ja, ich würde hier noch nicht meinen Fehler nennen, ich find ihn gut eingesetzt, in dem Medium. Wenn ihr natürlich, wenn ich nur die Story betrachte, ist es eine schlechte Geschichte, aber das Spiel ist halt nicht nur die Story. Und deswegen ist es ein guter Plottwist und gleichzeitig auf Story eben ein schlechter. Und das, glaube ich, können nur Spiele, zumindest würde mir bei einem Film oder bei einem Roman auf die Schnelle nichts entsprechendes einfallen. Klar, also das ist dann, ja, weil, wie gesagt, das entlastende Element fehlt. Bei Filmen, weiß ich nicht. Das Einzige ist vielleicht, wenn du eine Figur in einer Fernsehserie so richtig hast und die dann durch so etwas dann aus der Serie genommen wird, wo du so denkst, okay, das war erzählerisch scheiße, aber der, die ist weg. Damit kann ich leben. Wie hießen die bei, wie ist das Pärchen bei Lost? Das ist auf so eine etwa Art und Weise eingegangen, die plötzlich, die plötzlich in irgendeiner Staffel auftauchten, relativ gegen Ende. Ja, keiner konnte sie leiden. Man wusste nicht, was machen die denn hier jetzt? Die sind auch noch völlig uninteressant und sind dann auf eine, auf eine Hanebüchenart und Weise mit irgendeiner Spinne, die sie gelähmt hat, sind sie, sind sie draufgegangen und man saß so davor und hat sich gedacht, das ergibt alles hinten und vorne keinen Sinn, aber Gott sei Dank sind sie weg. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe immer darauf gewartet, dass es Kate erwischt und wurde enttäuscht. Nee, da gab es dieses Pärchen, die plötzlich so ein, wo kommen die jetzt her? Ja, ihr wart doch die ganze Zeit nur Statisten, könnt ihr nicht wieder im Hintergrund rumlaufen und einfach machen, was Jack sagt? Aber ich meine, Lost ist ja eh so eine Ansammlung von Dingen, wo du denkst so, ah, das ist jetzt, da ist ja enttäuschend. Da wurde immer auf irgendeinen Twist hingearbeitet und in sehr vielen Fällen war es dann eine Enttäuschung, weil du dann irgendwann, wurde dann auch so klar so, okay, es kommen immer nur noch neue Fragen. Oh, was ist hinter dieser mysteriösen Luke? Oh, ein Typ, der immer wieder eine bestimmte Zahl eingeben muss. Warum musst du diese ganze Zeit diese Zahl eingeben und so weiter und so fort? Und das ist halt dann, am Anfang bist du noch super investiert, weil das halt all diese interessanten Mysterien hat und du dann auch dich schon freust darauf, dass du irgendeine Art von Überraschung präsentiert bekommst, irgendeine überraschende Erklärung und dann in den allermeisten Fällen ist es dann so, äh, jada, jada, irgendwas oder nur noch weitere neue Fragen. Ja, das ist sowieso ein guter Punkt, nämlich wenn man, wenn die Erzählung als solche, das könnte man auch bei dem schon zitierten M. Night Shyamalan sagen, also dem Regisseur von Sixth Sense und Unbreakable und The Village und Science und Co., wenn du halt reingehst mit der Erwartung, hier wird es jetzt total twisty und ich bin schon sehr gespannt, ja, auf die überraschende Wendung und die überraschende Erklärung, die das alles am Ende zusammen macht, ist halt meistens, nicht immer, aber der Effekt, dass man am Ende da sitzt und sagt, ach so, das war's. Also ein guter Twist entsteht sehr, sehr häufig, würde ich argumentieren, aus der Erwartung, dass gar kein Twist folgt. Ja, also ich würde sagen, wenn das interessant gewesen wäre bei Lost, also es gibt ein komisches, nicht weiter definierbares Rauchmonster auf dieser Insel und dann, oh, was ist da? So, wo kommt's her? Und dann irgendwann so, ja, es ist so ein Sicherheitssystem. The End. Jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich Lost-Fans sagen, nein, da gab's noch viel mehr an Informationen oder so, aber das ist so meine Erinnerung jetzt daran. Und das ist halt dann alles so, das ist halt unbefriedigend. Das Mysterium macht Spaß, aber wenn eine Auflösung hinterher dann einfach nur so nach dem Motto Schulterzucken nächstes Mysterium ist, dann sitzt du da so, nee. Ja, aber ich meinte was anderes, nämlich wenn du halt so quasi diese Mysterium, 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 es gibt ja diese Erzählungen wie Lost, die Lost natürlich auch populär gemacht hat, wo du halt bist, okay, diese ganze Insel, auf die sie am Anfang kommen, es gibt tausende Mysterium. Was hat es mit diesem Rauchmonster auf sich? Was hat es damit auf sich? Mit der Luke, mit der Dharma Initiative, mit den Zahlen, mit nö, 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 nö. Und am Ende kommt, zumindest würde ich das auch sehr vehement sagen, für nichts davon auch nur ansatzweise eine befriedigende Erklärung. Einige Lost-Fans sehen das anders. Die Diskussion für, ich hab ja nie wieder, die hab ich damals mal geführt. Aber meine Sache ist, wenn das deine Prämisse ist, so ähnlich war es ja auch bei Game of Thrones, weißt du, wo nicht nur viele Mysterien, sondern halt auch viele Sachen, ich bin mal gespannt, wie sie das auflösen, das auflösen, das auflösen. Also sozusagen mit der Schrotflinte oder dem großen Trommelfeuer Mysterien beziehungsweise so unaufgelöste Dinge irgendwo reinhauen, mit der Erwartungshaltung, die natürlich geschürt wird, ja, es kommt immer mal wieder der nächste Twist, aber wann kommt jetzt die Auflösung? Und die wird immer weiter rausgezögert, ja, quasi ein rausgezögerter Orgasmus, könnte man sagen. Am Ende kommt immer was sehr Unbefriedigendes raus. Mir würde keine dieser Strukturen einfallen, die jemals ein gutes Ende hatten. Müsste ich nachdenken. Also wahrscheinlich gibt es da draußen schon was. Ich möchte sagen, vielleicht Babylon 5, außer dieser letzten, hier, ihr Fans, habt ja noch ein bisschen Futterstaffel. Babylon 5 habe ich nie gesehen. Ja, also möglicherweise, dass das die Ausnahme von der gerade aufgestellten Regel ist, aber ich denke zum Beispiel Battlestar Galactica, oh je. Ja, gut, okay. Aber das war so ein Ding, das hatte sehr viele auch interessante Handlungsstränge, wo du halt gemerkt hast, aber dass das von Anfang an gut durchgeplant war. Und dann für meine Begriffe, aber auch da, ich könnte dir noch nicht mal alles wieder nacherzählen oder sowas, zu einem echt coolen Ende dann auch, in der geführt wurde. Und das halt eben auch in diesem relativ überschaubaren Zeitraum von vier Staffeln. Das war schon echt gut gemacht. Es ist ja, glaube ich, relativ schwierig, wenn du jetzt so einen Fall hast, ob das jetzt Lost ist, ob das Game of Thrones ist, wer auch immer, Mass Effect zum Beispiel aus dem Spielebereich. Spielebereich, wenn du über einen so langen Zeitraum so viele Fans, auch noch in deiner heutigen Internetöffentlichkeit hast, die sich auch auf Foren austauschen können, die alle möglichen wilden oder gar nicht wilden, weil tatsächlich am Ende passiert, so Fan-Theorien spinnen können. Ich glaube, dann hast du irgendwann automatisch eine Erwartungshaltung, die du nie mehr erfüllen kannst. Weil alles, was theoretisch überraschend war, haben deine Fans schon unter, haben wir doch schon vor drei Jahren diskutiert und aus welchen Gründen auch immer abgelehnt. Oder sagen wir schon seit drei Jahren, so geht's aus. Aber du wirst halt in dieser Öffentlichkeit, die nicht zuletzt einen Diskurs über dich bestimmt, gegen die kannst du nicht mehr gewinnen. Also, lustig ist ja Game of Thrones oder George Martin. Also, wer sind John Snows Eltern? Ich verrate's jetzt an dieser Stelle mal nicht. Für diejenigen, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben, ist ja neuere Sachen. Aber es ist ein großes Mysterium der Romane, ist, wer sind John Snows Eltern? Ist er wirklich der Bastardsohn von Ned Stark oder gibt es da eine andere Sache? Und die Auflösung, die irgendwann kommt, die haben halt Leute, die sich insbesondere mit der Romanreihe in Internetforen und Co. ist die über zehn Jahre lang schon die anerkannte Theorie sozusagen oder eine der anerkannten Theorien. Das heißt, das, was in einer analogen Öffentlichkeit, wo du vielleicht den Roman gelesen hättest und dich vielleicht noch mit einem Kumpel drüber unterhalten hättest, aber ansonsten hätte kein großer öffentlicher Diskurs dazu stattgefunden, wäre das für viele Menschen wahrscheinlich ein absolut überraschender, interessanter Plottwist gewesen, weil sie sich auch nie längerfristig darüber unterhalten hätten. Wie denn auch? Die hätten das gelesen, hätten ein bisschen drüber nachgedacht, ein paar Jahre später hätten sie das nächste Buch gelesen und so weiter und so fort. Heute ist das so ein, ach ja, es war zu befürchten, dass es so blöd ausgeht. Und es geht ja nur deswegen blöd aus. Der Twist ist ja nicht bescheuert, beziehungsweise die Auflösung ist gar nicht doof, sondern nur, weil halt diese Auflösung schon seit sieben Jahren im kollektiven Gedächtnis der Fans verankert ist. Ja, das ist ganz interessant, das habe ich auch auf der Liste. Ich finde, da sind mehrere Aspekte daran interessant. Nämlich zum einen, ob da nicht widerstreitende Kräfte existieren, dass in diesem Twitter-Zeitalter man da sitzt und sagt, so eine große überraschende Wendung, wo sie alle in den Social-Media-Kanälen ausflippen, das brauchen wir, damit diese Serie oder was auch immer, diese kostenlose Werbung, diese enorme Omnipräsenz erhält. Und ob man deswegen nicht jetzt verstärkt versucht, diese großen Momente, diese Oh-my-God-what-the-fuck-Sachen irgendwo einzubauen, in der Hoffnung, dass genau diese Effekte eintreten. Auf der anderen Seite diese Schwarmintelligenz da draußen existiert, wo, wie wir eben schon gesagt haben, also der eine sieht es vorher, der andere nicht. Und wenn jeder sozusagen für sich dann da in seiner eigenen kleinen Blase nur herumläuft, ist das unproblematisch. Aber wenn immer Millionen, Tausende, Hunderte von Gehirnen zusammengeworfen werden können, Informationen zusammentragen können, Interpretationen austauschen können, werden sie bei einem Twist, der fair konstruiert ist, also vorhersehbar ist, unweigerlich irgendwann wahrscheinlich auf die richtige Lösung kommen. Und der dritte interessante Aspekt daran ist, wenn aber so viele Leute freiwillig an diesen Diskussionen teilnehmen und das in einer Zeit, wo gefühlt zumindest die Spoiler-Angst ist so groß wie nie zuvor, ist es dann aber, aber die setzen sich ja dann auch irgendwie quasi freiwillig Spoilern aus, insofern, dass die richtigen Prognosen dort zu lesen sind und sie dann auch schon ahnen, ja, das wird es wohl sein, das ist die logischste Erklärung und all die Informationen, die zusammengetragen wurden, weisen alle darauf hin. Sind sie dann wirklich unzufrieden, wenn das eintritt oder sind sie eher bestärkt in ihrem Fantum und in ihrer Kompetenz, indem sie das richtig prognostiziert haben? Eine eindeutige Antwort hätte ich jetzt nicht. Ich finde allerdings auch insbesondere natürlich den dritten Aspekt aufgrund seiner vermeintlichen zumindest, aber Paradoxhaftigkeit interessant. Denn häufig sind es ja exakt die gleichen Menschen, die sich eben in diesen Fansubkulturen extrem intensiv austauschen, ja, die ganzen Fan-Theorie-Videos angucken, sich an den Diskussionen beteiligen und so weiter, die die Ersten wären, die dir den Hals umdrehen würden, wenn du ihnen das tatsächlich spoilern würdest. Gleichzeitig aber schaffen sie sich eigentlich, weil auch da diese Erwartungshaltung, die kann keiner erfüllen. Am Ende wird kein Regisseur, keine Einzelperson oder keine zwei oder drei, selbst keine 50 Personen werden am Ende etwas ersinnen können, auf das der Schwarm noch nicht gekommen ist. Das heißt, man schafft sich automatisch in einen Zustand, der am Ende in Enttäuschung enden muss, zwangsläufig. Da ist die Frage einfach nur, ist einfach vorher der Spaß so groß, dass man halt sozusagen diesen nicht vorhandenen Pay-Off in Kauf nimmt. Also ich, mir erschien das auch schon damals bei Lost und so weiter, mir erschien das immer relativ paradox, wo auch in meinem Bekanntenkreis viele dann auf den entsprechenden Foren und so weiter unterwegs waren, wo ich immer gesagt habe, aber ich will da nicht hin, am Ende lese ich da ja tatsächlich, was am Ende passiert. Ich meine, gescheiter hätte ich es vielleicht mal gemacht, dann wäre ich vielleicht am Ende nicht ganz so enttäuscht gewesen, wie ich gewesen bin, mag auch sein, aber das ist so ein, wie du es vorher schon gesagt hast, eigentlich spoiler ich mich damit selbst. Ja, das ist, wie gesagt, also ich glaube, ich habe mit dem Helge in Nachgeforscht, einer unserer fantastischen Bäckerformate, meine Damen und Herren, haben wir eine Folge gemacht über Unsicherheit in Spielen und da habe ich halt auch so ein bisschen erzählt aus einem Buch, das jemand geschrieben hat namens Greg Kostikian und der halt so verschiedene Arten von Unsicherheit kategorisiert hat und der so ein bisschen gesagt hat so, hey, Unsicherheit ist etwas, was wir vielleicht normalerweise als ein bisschen unangenehm empfinden würden, aber in den Medien wie Film oder eben auch Computerspielen und so sind ja viele Dinge, die im wahren Leben unangenehm sind, auf einmal etwas, was man sehr lustvoll empfinden kann, weil es auf einmal in einem sicheren Rahmen abläuft, in einem wirklich gut konstruierten, sicheren Gerüst mit Netz und doppeltem Boden und da ging es halt auch um sowas wie Narrative Uncertainty, also Unsicherheit bezogen auf eine Erzählung und ich könnte mir vorstellen, dass halt erstmal dieser Austausch ist ja so, wie als würde man gemeinsam an so einem großen Puzzle arbeiten und selbst wenn man glaubt, man hätte die richtige Lösung gefunden, sicherlich auch abhängig davon, wie eindeutig die Indizienlage ist, bleibt die Unsicherheit bestehen, hatte man recht, bis dann tatsächlich die Folge ausgestrahlt ist, wo dann sozusagen der Schöpfer dieses Puzzles dir die richtige Lösung präsentiert und dann ist natürlich trotzdem vielleicht ein Spoiler für dich deswegen unangenehm, weil du willst halt diese Auflösung willst du halt so haben, wie sie vorgesehen ist und du willst sie vielleicht auch so weit herauszögern, weil diese Vorfreude ist die schönste Freude-Effekt, das soll bitte schön zu dem Zeitpunkt passieren, den du gewählt hast und nicht fremdbestimmt. Ja und wahrscheinlich zu einem gewissen Grad ist der Mensch als solcher auch einfach ein Wesen, das teilweise vielleicht auch entgegen seiner eigenen Interessen manchmal arbeitet, weil er emotional nicht anders kann. Also es ist ja auch so ein bisschen ein Effekt von einem. Der Mensch lässt sich ja an sich ganz gerne überraschen. Er lässt sich ja zum Beispiel auch erschrecken und erschrecken, so ein Jumpscare ist ja auch etwas Überraschendes passiert und löst in mir etwas aus, mit dem ich nicht gerechnet habe. Jumpscare ist jetzt kein Plottwist, aber es ist etwas Überraschendes, sonst würde er ja nicht funktionieren und Jumpscare heißen. Und der Mensch oder viele Menschen tun das einfach gerne, so Kinder zum Beispiel als Kind, Geisterbahn, gib mir eine Geisterbahn. Ja und erschreckt mich in der Geisterbahn, total super gewesen. Hätte man mir eine Freikarte für die Geisterbahn gegeben, für das komplette Fest lang, ich wäre so lange Geisterbahn mehr gefahren, bis ich jedes Mal enttäuscht dort rausgekommen wäre. Und hätte total gegen meine eigenen Interessen gearbeitet, die eigentlich lauten würden, die Karte nimmst du lieber nicht, sonst, weißt du, und dann erschreckst du dich auch nächstes Jahr nicht mehr. Irgendwann hast du halt durchschaut, wie der ganze Spaß hier funktioniert. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch, wenn du, wenn du dieses, weißt du, wenn du dich nicht dazu zwingst, nicht weiter drüber nachzudenken. Also mir geht es tatsächlich manchmal so, mittlerweile, dass ich bei Romanen oder so da insbesondere da sitze und mir aufobstruiere, so wenn du mit der Lektüre für heute fertig bist, überleg nicht, wie es weitergehen könnte. Lass dich einfach morgen weiter überraschen. Wenn du jetzt heute wieder da sitzt und zwei Stunden beim Fahrradfahren nachdenkst, dann könnte das und das und das. Und am Ende stehst du da und sagst du, die nächste Handlungswendung hast du dir dann zusammen konstruiert. Das macht es unbefriedigende. Das ist nicht cool. Ich frage mich halt, ist das, aber ich nehme an, dass das individuell ist. Ich kann mir vorstellen, dass Leute auch sehr viel Vergnügen daraus ziehen können, dass sie das richtig gemacht haben. Es ist ja viel Vergnügen. Also ich habe mich ja früher durchaus auch im Netz und Co. bei solchen Sachen, jetzt bei Lost nicht mehr, da hatte ich meine Lektion schon halbwegs gelernt, aber über solche Sachen ausgetauscht oder bei anderen Sachen, was ich teilweise mit Paul für Abend im Irish Pub verbracht habe, wo wir über solche Dinge bei Romanserien, Filmserien und so weiter gequatscht haben. Und mittlerweile, ich kann total diese Faszination verstehen, aber sie endet halt immer in einem oder in der Regel immer, je mehr Köpfe zusammengesteckt werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann die richtige, in Anführungszeichen, Lösung dabei rauskommt. Und dann muss ich zumindest für mich sagen, ich kann total diese Faszination daran, dieses Zusammenpuzzlens verstehen, aber sie nimmt dem Mysterium den noch viel tolleren Payoff, zumindest für mich. Ja, ich glaube, das ist halt auch natürlich dann, ich finde, das ist halt das Interessante so ein bisschen, wir hatten ja schon häufiger mal über Spoiler gesprochen und auch warum manche Leute diese enorme Aversion gegen Spoiler haben und so weiter und so fort. Und es gab ja auch Studien, die nahegelegt haben, dass wenn Leute gespoilert werden, dass das nicht unbedingt tatsächlich, muss immer vorsichtig sein, glaube ich sicherlich auch widerstreitende Meinungen, aber dass das nicht unbedingt ihr Erleben eines Films negativ beeinflussen muss. Ich zum Beispiel wurde gespoilert, bevor ich das erste Mal Sixth Sense gesehen habe. Ich fand den Film trotzdem cool und spannend und interessant und habe halt von Anfang an mehr drauf geachtet, entdecke ich dann schon die Hinweise auf die überraschende Wendung. Das wird auch wieder individuell unterschiedlich sein, aber ich glaube, der entscheidende Punkt, den ich sehr nachvollziehbar finde, wäre halt zu sagen, das ist halt ein Eingriff in meine persönliche Entscheidungsfreiheit. Ich will selbst bestimmen dürfen, ob ich das vorher wissen möchte oder nicht. Und wenn ich jetzt aber unfreiwillig in einen Spoiler reinlaufe, mir jemand diese Entscheidung abnimmt sozusagen, dann greift er halt sozusagen in meine Autonomie ein und das empfinden wir ja meistens grundsätzlich als etwas, das eher unangenehm ist. Gleichzeitig bewegen wir uns jetzt natürlich in einer digitalen Medienöffentlichkeit, die fundamental darauf gebaut ist, ständig in so etwas einzugreifen. Also das ist ja jedes Mal so, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich sage, das Spiel der Miami Dolphins ist nachts um halb vier oder so und ich muss halt am nächsten Tag irgendwie dringend was podcasten oder so. Ich kann es halt einfach nicht live gucken. Ich gucke es gemütlich am nächsten Abend, es live zum Beispiel. Ich will das nicht gucken, wenn ich weiß, wie das ausgeht. Ich will diesen ganzen Spannungen und diese ganzen, so zumindest ein halbwegs knappes Sportereignis, ein Fußballspiel, ein Footballspiel, was auch immer, ist ja eigentlich eine, weißt du, von der Dramaturgie her eine Geschichte mit sehr, sehr vielen unerwarteten Twists. Und die will ich alle haben, so als wäre ich live dabei gewesen, aber dann muss ich halt das Internet auslassen. Ich kann natürlich dann trotzdem hingehen und sagen, ich will aber trotzdem auf Twitter gehen, ihr habt mir alle das Ergebnis nicht zu verraten. Ich will trotzdem in Footballforen gehen und so weiter, aber es wird halt nicht funktionieren. Also muss ich aus reinem Selbstschutz das Netz auslassen, zumindest für diesen einen Tag. Und das ist ja auch bei Spielen so interessant, wenn wir dann drüber reden, es gibt ja Menschen, ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist, die meisten Leute werden schon relativ vernünftig sein, aber es gibt ja Menschen, die wollen gleichzeitig Spieletests lesen, ohne einen Funken zu der Story zu erfahren. Und dann denke ich mir, das wird halt nicht zusammengehen. Ein bisschen was werde ich dir immer erzählen müssen, wenn du von mir eine belastbare Aussage über die Qualität des Spiels haben möchtest. Ja, da bildet sich dann halt mit der Zeit immer eine Art von Etikette heraus. Also eine Art Konsens, was ist noch zulässig und wo wird eine Grenze überschritten. Bei mir ist das tatsächlich ja genauso. Also wenn irgendwo ein großes UFC-Event war mit irgendwelchen MMA-Fights, dann bin ich da auch sehr Spoiler-sensibel, weil wenn ich weiß, wie so ein Kampf ausgeht, sitze ich dann auch meistens da und mir so, ja okay, das brauchst du jetzt eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Ist eigentlich auch ein bisschen bescheuert, weil dann tatsächlich zu sehen, wie kommt es denn zu diesem Ergebnis und wenn es ein guter Kampf ist, dann hat er ja auch so eine gewisse Dramaturgie, also erst ist der eine besser, dann der andere besser, so App and Flow, App und Flut, so hin und herwogen von Vor- und Nachteilen und sonstigen Geschichten und es kann dann trotzdem cool sein, das zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal so ein starker Effekt von so, äh, das Wichtigste sozusagen ist jetzt schon bekannt, nämlich der Ausgang des Ganzen, wer hat hinterher gewonnen. Und da meide ich dann auch einfach das Internet komplett, bis ich das gesehen habe, weil mir schon klar ist, ich kann halt irgendwo über eine, ein Ergebnis stolpern, aber es ist zum Beispiel so, eine Zeit lang, ich habe ja viele MMA-Podcasts, die ich abonniert habe und sehr viel erscheinen dann so Nachbetrachtungen und diese Podcasts werden halt automatisch auf mein Handy runtergeladen und das ploppt dann auf als Benachrichtigung und da hat sich als Etikette etabliert, dass halt Ergebnisse nicht schon im Titel gespoilert werden. Das war aber nicht immer so. Es war so am Anfang irgendwo, da kommt halt sowas rein, Dingsbums, neue Folge und dann steht da schon drin, keine Ahnung, Machida, großer Gewinner, bla, irgend sowas. Und du denkst dir so, ne, fuck. Und offensichtlich haben sie genau dieses, oh fuck, von sehr vielen Leuten gehört und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen hier eine Regel, dass das nicht geht. Das darf nicht direkt in der Headline sein, sondern es muss zumindest so, das ungeschriebene Gesetz, wo es gelten, wenn du so einen Inhalt anklickst, ne, Rückbetrachtung sozusagen und Analyse von diesem oder jenen Ereignis, dann musst du damit rechnen, dass du dich Spoilern aussetzt, aber es darf halt nicht zum Beispiel schon in deiner Headline sein, weil du musst ja erstmal identifizieren, was das für ein Inhalt ist. Es gab, also, wenn wir jetzt kurz auf die Tangente abbiegen, es gab vor einigen Jahren in der englischen Literaturwissenschaft, insbesondere in der US-amerikanischen, eine relativ große und relativ öffentliche, ist in die New York Times und Co. reingeschwappt, Diskussion über etwas, was sich naive Reading nennt, also naives Lesen. Und das bedeutet, dass man das nicht als der Kritiker liest und rezipiert irgendeinen Roman jetzt in der Literatur, Kritik zum Beispiel auch, sondern dass man das naiv liest, wie ich es vorhin auch das Wort benutzt habe, nicht im Sinne von man ist dumm, sondern im Sinne von einem, ich setze mich jetzt an den Strand und ich lese das und ich denke nicht großartig kritisch drüber nach, sondern ich lese es, wie das sehr wahrscheinlich ein Großteil des Publikums lesen wird. Und dann gibt es natürlich Diskussionen, wie kannst du dein analytisches Denken immer abschalten, also ist dieses naive Lesen in seiner totalitären Form möglich, da würde ich dann auch sagen, nee, natürlich nicht, keiner kann sozusagen seine Persönlichkeit und erlernte Dinge und Denkstrukturen und so weiter komplett abschalten, aber es gibt dann so einen Zweig von Leuten in der Literaturwissenschaft, die eben so die These aufstellen und an der, da fühlte ich mich immer angeschlossen, jetzt funktioniert das bei mir auch ganz gut, weil ich Dinge tatsächlich gerne mehrmals gucke, lese, spiele und so weiter, aber dass es eigentlich für ein richtiges, kritisches Verständnis notwendig ist, ein naive Reading zu haben und danach ein analytisches Reading zu haben. Und dann wären wir jetzt auch wieder, wenn wir das auf Spiele anwenden, wären wir schon wieder bei dem Problem ein, aha, ich soll also nach 70 Stunden Red Dead Redemption zum Vergnügen nochmal 70 Stunden analytisch spielen. Einerseits ja, wir hätten viel bessere Diskussionen über dieses Medium, das fehlt komplett, das ist glaube ich einer der Gründe, warum wir, warum sich eine Kritikkultur, wie wir sie im Buch- und im Filmbereich haben, im Spielebereich bislang nicht etabliert hat und auch in Zukunft sich schwer tun wird zu etablieren, einfach was den Umfang dieser Spiele angeht. Aber ich glaube wirklich, diese zwei unterschiedlichen Lesweisen sehen wir auch häufig zum Beispiel, glaube ich, in Kommentaren zu unseren Folgen im Forum und so weiter, wo zwei völlig andere Sachen entgegenprallen, wo einem dann Leute sagen, ja, ich verstehe alles, was ihr sagt, aber mir hat das Spiel trotzdem Spaß gemacht. Ja, was so als eine Diskrepanz dann präsentiert wird, die eigentlich gar keine ist, weil natürlich beide Dinge können gleichzeitig existieren. Ja, aber das haben wir ja sogar häufig bei Sachen, die wir dann besprechen. Also jetzt demnächst wird dann meine Wertschätzung zu Layers of 4.2 erscheinen und da wird es auch sehr viel darum gehen, dass da durchaus erhebliche Probleme sind, die ich in dieser Wertschätzung auch alle so identifiziert habe, aber es trotzdem cool finde. Ja, aber dann, weißt du, du bist ja einen Schritt weiter. Du hast die Probleme identifiziert und es cool gefunden. Was wir häufiger mal hören und was mir selber ja auch so geht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendein Buch aus purem Spaß lese und gar nicht lange drüber nachdenke und dann lese ich eine Kritik und die nennt plötzlich 25 saugute Aspekte, was der Roman richtig schlecht gemacht hat. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht und die unwillkürliche Reaktion ist, jetzt kommt es in deinem Kopf zu einer Unvereinbarkeit. So ein, ja, das stimmt schon, was er sagt, aber ich fand das doch gut. Wenn du das natürlich selbst identifizierst und dann am Ende sagst, trotzdem gut, ist das was anderes, als wenn dir eine schlüssige, nachvollziehbare Begründung geliefert wird, warum das, was du gut findest, eigentlich scheiße ist. Ja, vor allem, weil je nachdem, aber bei manchen Rezipienten kommt das ja dann auch sofort an als ein, dadurch, dass ich das dann trotzdem gut finde, bin ich dann zu unkultiviert, zu inkompetent und so weiter und so fort. Was falsch ist, aber es gibt Menschen, die sich erkennbar herabgesetzt fühlen, wenn etwas, das sie selber als sehr erfüllend begriffen haben, dann von jemand anderem runtergeschrieben oder runtergesprochen oder runtergevideot wird. Ja, und dann kommt ja schnell dieses, du hast das runtergeschrieben. Ich meine, das ist ja so ein, das beobachtest du ja auch völlig außerhalb der Spiele-Sache immer mal wieder, wie zum Beispiel, gerade Fans zum Beispiel. Ja, also was Fans mittlerweile, ich finde das total interessant, also in der, zum Beispiel in der Sportberichterstattung, was Jahrzehnte so in den USA üblich, dass wenn du der Beatwriter für ein Team bist im US-Sport, also derjenige, der das Team täglich begleitet, dass du kein Fan dieses Teams bist. Das verbot sich, das ergab die journalistische Ethik und so weiter, das kannst du nicht sonst zu nah dran, kein kritischer Blick mehr, kein objektiver Blick mehr und mittlerweile, die Fans hassen das, die wollen den nicht, diesen objektiven Blick. Für die, egal wo du hinguckst, für die Internet-Öffentlichkeitsfans ist das, was jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit gewesen ist, ist heute ein vollständig rotes Tuch. Das sind alles Typen, ja, die nur am Kritteln sind, die nur unser Team runterschreiben wollen und so weiter und so fort. Also da hat sich auch eine ganze Öffentlichkeit enorm gewandelt. Oder es kommt jetzt zum Ausdruck, die Frage ist, existierte vielleicht schon immer ein Unwille, aber er war nicht so sichtbar. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Ich würde nein sagen, aber das ist eine andere Diskussion. Aber es ist natürlich definitiv eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen muss, das stimmt. Genau, weil durch das Internet sind ja viele Eisberge so aus dem Wasser gehoben worden. Man hat vorher immer nur so die Spitze gesehen, hat sich gedacht so, oh ja, kein Problem. Und dann auf einmal denkst du so, oh ja, das ist aber ein ganz schöner Eisberg. Ja, das, ja, manche Eisberge sind unten drunter, oh ja, da können gewisse Ozeanddampfer ein Liedchen von singen. Ja, manche sind auch hohl. Aber das ist, ja, aber das ist tatsächlich, um mal vielleicht wieder so ein bisschen die Richtung Plottwist abzubiegen. Was ich hier noch ganz interessant finde, das ist jetzt ein Rückgriff auf sehr weit früher in diesem Podcast, ähm, ist halt der Stellenwert, der durch einen richtig guten Plottwist erreicht werden kann. Ist das, glaubst du, das liegt daran, dass wenn ein Spiel wie, nehmen wir mal Bioshock, es tatsächlich schafft, dich so clever zu überraschen, ähm, dass das sowas ist wie, ich weiß gar nicht, also die Wahrnehmung des Werkes als, oh mein Gott, das war so geschickt, was es da gemacht hat, diese Anerkennung dafür, was da geleistet wurde, hebt es das soweit heraus oder ist es tatsächlich das Erlebnis an sich, weil das ein Moment ist, wo man so, der irgendwie so cool ist, emotional so bewegend, dass es einem derart im Gedächtnis bleibt? Bin mir nicht sicher, ob ich der Prämisse mitgehen, die Prämisse mitgehen würde, also bis zu dem Punkt, wo du sie gerade gegangen bist, weil einerseits haben wir ja eingangs gesagt, dass bestimmt die positive Erinnerung, ähm, äh, an Bioshock, die extrem positive und auch an Nights of the Old Republic eingefärbt sind und ursächlich mit eingefärbt sind durch den Plottwist. Ich hab allerdings grundsätzlich nicht den Eindruck, dass Plottwists, wenn wir uns angucken, wie, wie werden die Meilensteine in einem Medium definiert, dann ist, hat mich damals aber echt überrascht, in der Regel nicht unbedingt eins der vorherrschenden Qualitätsmerkmale. Nicht nur bei Spielen, auch bei Filmen und Co. Also wenn wir über die besten Filme aller Zeiten reden, werden relativ wenige Leute einen Sixth Sense zum Beispiel drin haben, auch wenn es wahrscheinlich einer der besten Plottwists ist, die ich jemals gesehen habe. Also meine Prämisse wäre eher, dass Plottwists in der Wertigkeit einerseits derzeit in so einer öffentlichen Wahrnehmung eine enorme Rolle spielen, aber bei der nachträglichen Beurteilung, wenn die Überraschung einmal vorbei ist, nicht mehr herangezogen werden häufig als eins der ultimativen Qualitätsmerkmale, woran man einen richtig guten Film, Buch, Spiel und so weiter erkennt. Es ist sicherlich, es ist nicht das Einzige und vielleicht auch nicht das Wertigste. Ich finde den Effekt halt schon frappierend. Also weiß ich nicht, wenn Bioshock diesen Twist nicht gehabt hätte, wie wäre Bioshock dann heute im allgemeinen Spielekanon verortet? Kann man ja auch wahrscheinlich auch auf Bioshock Infinite übertragen. Wenn das nicht am Schluss so dieses Ding hätte, wo man sich denkt so, what, was ist jetzt passiert? Okay, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, würde man heute noch über Bioshock sprechen? Vielleicht wegen seinem Art Design und so, aber sonst? Ich glaube ja. Und wegen dem ganzen Einstieg, der einfach brillant hatten wir ja schon mal in der Folge. Ich glaube schon. Also ich glaube, genau wie bei Old Republic, ich glaube, es ist hilfreich, um ihm sozusagen, keine Ahnung, aufs ganz große Podest herauf zu helfen. Aber ich glaube schon, dass man noch darüber sprechen würde. Ich glaube, dass Bioshock, gerade was das Art Design angeht, was einen sehr ernsthaften künstlerischen Umgang mit Spielwelt und Co, was mit dem ganzen Objektivismus, Ayn Rand und Co. Ich glaube schon, dass es immer noch auf einem Podest stehen würde. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch gelandet sein, beziehungsweise eine ganz so extreme Strahlkraft entwickeln, aber ich glaube schon. Doch, glaube schon. Ich glaube halt, es wäre nicht so ein Ding, wo Leute dann halt sagen, so, ja, war scheiße oder sonst irgendwas. Aber ich würde halt denken, es würde vielleicht eher auf dem Level von sowas wie einem Spec Ops The Line rangieren, das ja auch einen Plottwist hat, den ich persönlich zumindest überhaupt nicht gelungen finde am Schluss. Und das ist, weißt du, so ein Ding, wenn es zur Sprache kommt, sagen viele Leute, ach ja, richtig, ist auch durchaus hoch im Kurs, aber ist halt nicht, das ist so ein Spiel, da müssen viele Leute dran aktiv erinnert werden. Und Bioshock ist eher aktiver Wortschatz und nicht passiver Wortschatz. Ja, wobei mein Eindruck, aber das ist natürlich immer Frage eigener Filterblase. Also mein Eindruck ist auch, dass dieses, diese ganze Would You Kindly Geschichte und dieser ganze Plottwist auch erst in den letzten Jahren, auch da jetzt wieder Internetöffentlichkeit und Co. so richtig in den Mittelpunkt gerückt ist. Also mein Eindruck, also wenn ich jetzt zurückdenke, aber wie gesagt, das ist ja, das ist ja persönlicher Eindruck, der mal so und mal so sein kann. Aber mein Eindruck ist so, dass zwischen Bioshock wurde released und bis vor ein paar Jahren jetzt nicht wirklich im Mittelpunkt einer Diskussion, wenn man jetzt mit anderen Kollegen und so weiter geredet hat von irgendeinem Bioshock der große Plottwist stand, sondern eben sowas wie Art Design, eben sowas wie dieser ganze philosophische Unterbau und Co., so mein Eindruck. Wäre nicht unbedingt meine Wahrnehmung. Also es gab sicherlich, also was stimmend, aber was ja für mich auch eher nochmal sogar mehr in diese Richtung deutet, ist diese Diskussion war am Anfang erheblich facettenreicher. Nämlich eben auch die Diskussion über diese ganzen philosophischen Konzepte, die das Ganze dann durchexerziert. Aber das, was die jetzt, das Jahrzehnt und plus überdauert hat, ist tatsächlich vor allem der Plottwist. Und diese anderen Aspekte, das ist eigentlich etwas, was in der Zitation selten bis gar nicht mehr vorkommt. Ja, Plottwist ist halt, also so ein Plottwist ist halt plakativ. Aber letztlich, wenn ich so auf die Gesamtheit gucke, Filme, Romane und so weiter, natürlich gibt es immer welche Dinge, die sind im kulturellen Gedächtnis verankert. So, Luke, ich bin dein Vater und solche Geschichten. Auch klassischer Plottwist. Noch nicht mal ein guter, was das betrifft. Wenn man ihn sich strukturell anguckt, der kommt auch relativ aus heiterem Himmel. Also nicht so, dass du Star Wars gucken kannst und sagst, oh, ich hätte ja von vornherein drauf kommen können, dass Darth Vader hier, der Luke da und so. Aber ich habe halt schon den Eindruck, bis auf so ganz wenige Ausnahmen ist es eher, einerseits, weißt du, es besitzt einen, ich würde jetzt das Paradox aufmachen, es ist ein wertloser Wert. Einerseits wird es als sehr wertig erachtet und wir sehen das ja auch, vielleicht wenn wir diesen Aspekt nochmal kurz beleuchten wollen, in dem ganzen Marketing, was mittlerweile um diese Twists herrscht, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass einem Hersteller dann zum Beispiel verbieten wollen, über Dinge zu reden, die jetzt wirklich einfach nur zentrale Handlungsbausteine sind, indem sie sie zum Plottwist erklären. Ja, natürlich auch teilweise verständlich in der ganzen Spoilerangst, die dort draußen herrscht und Co. Also einerseits eine Öffentlichkeit, die diesem Thema Twists eine enorme Wertigkeit gibt und beinahe so eine Art Hype drum veranstaltet, was man dann ja eben sieht in riesigen Communities, die versuchen den Twists vorher zu ahnen und so weiter. Aber in der Retrospektive ich eigentlich sehr wenige Dinge kenne, die jetzt wegen dem Twists irgendwie sehr weit hoch aufgehängt werden. Mag Bioshock eine Ausnahme sein, ich meine, da reden wir jetzt, wir sind uns ja grundsätzlich einig und reden über den graduellen Grad, aber dann wird man bis auf Bioshock auch sehr wenig im Spielebereich finden. Ich überlege jetzt gerade, welche Romane gelten denn als die besten aller Zeiten, weil sie einen besonders tollen Twist haben. Welche Filme? Also Sixth Sense, Usual Suspects sind schon natürlich diejenigen, die einem da so einfallen. Ja, aber keinen davon, Usual Suspects noch eher, aber keinen davon sehe ich auf irgendeiner Liste mit der, was weiß ich, 20 besten Filme aller Zeiten. Oder hier Sieben. Auch, den sehe ich da eher selten. Wobei der Twist ist cool. Ich meine, Sieben finde ich cool. Habe ja auch schon lange nicht mehr gesehen, aber... Alle, die genannten, sind cool. Ob die jetzt auf der Liste der 20 besten aller Zeiten auftauchen, okay, auch da wirst du wahrscheinlich 500 verschiedene Listen finden. Ja, aber auch da werde ich schon 5000 verschiedene Listen gesehen haben und da glänzen die häufig nicht immer, aber häufig durch Abwesenheit. Also das ist so, also das ist, worauf ich hinaus will, ist ja nur, dass eine mittlerweile eine gefühlte Diskrepanz zwischen der Wertigkeit, die man dem zukünftigen Spoiler, schrägstrich Plottwist, beimisst und der Relevanz, den man, den, den man schon konsumiert hat, beimisst, dass dort eine, dass da die Schere etwas aufgeht. Das finde ich einfach eine interessante Beobachtung. Was noch hinzukommt ist, und das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt, ist, ab wann wird etwas wirklich als so richtiger Plottwist wahrgenommen? Also ein Film, der zum Beispiel auf wahrscheinlich sehr vielen Listen in der besten Filme aller Zeiten auftauchen wird, ist Der Pate 2. Und wenn man so will, kann man ja sagen, Michael Corleone wird von seinem Bruder Fredo verraten, Art 1, und dann bringt er ihn wirklich um oder lässt ihn umbringen. Und das ist ja schon was, wo man auch sagen könnte, das ist eine überraschende Wendung. Auch die ist sozusagen logisch aus der Entwicklung dieses Charakters ableitbar und so, aber es ist erstmal schockierend, dass er das tatsächlich macht. So nachdem man sagt, oh mein Gott, so weit ist es mit ihm gekommen. Und das ist eine extrem starke Szene in dem Film, sicherlich nicht der Grund, warum die Filme als Meisterwerke gelten, zumindest die ersten beiden, und auch nicht etwas, was jetzt so im Fokus steht in der Diskussion dieser Filme. Und es würde aber wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht bei so vielen Leuten auftauchen, wenn sie darüber nachdenken, was sind denn große Plottwists, weil es vielleicht auch so logisch, kohärent und vielleicht zwingend hergeleitet ist. Und ich glaube, wenn man so über Plottwists nachdenkt, dann denken die Leute sehr häufig eben vorwiegend an insbesondere diese großen Enthüllungen, Umwälzungen, Umstürze am Ende einer Erzählung. Das ist genau diese Luke-Ich-bin-dein-Vater-Momente, oder? Es ist ja auch eigentlich das, wie wir eingangs gesagt haben, wie die Definition funktioniert. Denn sind die Sachen, die du jetzt aus der Pate geschildert hast, unerwartete Wendungen in dem Punkt, wo sie passieren, oder sind sie einfach nur die notwendige Kulmination alles, was davor passierte? Weil dann sind sie per Definition, dem wir zumindest vorhin aufgestellt haben, keine Plottwists mehr. Ich würde halt schon sagen, zumindest für mich war das eine Überraschung. Und es ist natürlich, wie gesagt, es ist logisch herleitbar, aber das ist halt so, der Grad zum Beispiel, zu welchem Grad ist Michael Corleone inzwischen von dem braven, anständigen Kind, das mit diesem ganzen Mafia-Kram nichts zu tun haben will, abgesagt zu einem völlig korrumpierten und rücksichtslosen Verbrecher? Ich würde halt sagen, also ja, eine Überraschung möglicherweise, aber zum Plottwist, so wie ich ihn verstehen würde, man kann ja unterschiedliche Definitionen haben, wäre eher die überraschende Wendung. Und eine überraschende Wendung war das für mich nicht. Etwas kann überraschend sein, ohne eine Wendung zu sein. Ja, okay, es ist nicht der 180 Grad, der U-Turn sozusagen. Ich überlege gerade, inwieweit das tatsächlich aber dann überall kohärent reinpasst. Also wie stark muss sozusagen diese Abweichung von der Norm sein, damit dann man sagt, okay, das ist jetzt hier ein Plottwist. Wird auch immer persönlich motiviert sein und auch da wieder bei den Dingen, die wir am Anfang hatten mit den eigenen Hintergründen und der eigenen Vita. Ich habe zum Beispiel interessanterweise in einer Definition, die ich jetzt im Vorfeld dieser Folge recherchiert habe, weil ich mir mal angucken wollte, was definieren denn auch unterschiedliche Wissenschaften und so weiter an Dingen. Und da habe ich so aus der Filmwissenschaft, ich weiß nicht, ob das direkt aus irgendeinem Roman, Roman sage ich schon, direkt aus irgendeiner Studie oder so raus ist oder einfach nur jetzt auf so einem Portal gewesen ist, aber da wurde als Beispiel Psycho genannt für einen Plottwist. Und der Plottwist war, und wenn man es auf der Ebene sieht, ist es durchaus ein Plottwist, war ein, der Film beginnt wie eine Liebesgeschichte und so eine Gauner-Pärchen-Geschichte und plötzlich wird er zum Psycho-Slasher mit diesem berühmten Mord unter der Dusche, wo ich mir jetzt denke, ja, ich habe den natürlich nie als Liebes-Gauner-Geschichte geguckt, weil ich wusste ja im kollektiven Bewusstsein einer westlichen Kino-Öffentlichkeit war, das ist immer Hitchcock und so weiter. Aber klar, ich bin halt auch 79 geboren. Ich habe keine Ahnung, was die Leute gedacht haben, als die in den 50er-Jahren im Psycho ins Kino gegangen sind. Ob das für die ganz strukturell, auch da wird mir jetzt gesagt haben, okay, der hat auf dem Roman von Robert Bloch basiert, keine Ahnung, wie sehr man den jetzt gekannt hat. Der Titel Psycho ist zumindest schon ein bisschen hinleitend, aber ich kann mir schon vorstellen, für ein Kinopublikum in den 50er- oder 60er-Jahren, 60er-Jahre glaube ich, war es schon die ganze Struktur, der ganze Aufbau, kann mir schon vorstellen, dass das für die ein Plottwist war. Für uns heute halt überhaupt nicht mehr. Man möchte meinen, dass alleine der Titel des Films und ich weiß nicht, wie das Filmplakat aussah, aber man möchte meinen, dass es auch für die damaligen Zuschauer schon nicht so überraschend gewesen sein kann, aber wer weiß. Ich habe immer das so verstanden, dass tatsächlich bei Psycho vor allem auch die Überraschung war erstens der Grad von Gewalt, der gezeigt wurde, der sehr unüblich war für das damalige Kino und auch das Ende sowieso, aber auch, wer ist das dann nochmal gewesen, der das erste Opfer, das in der berühmten Duschszene erstochen wird, gespielt hat. Janet Leigh, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass das so ein Ding war, vielleicht war das eine damals relativ bekannte Schauspielerin, wo man nicht damit gerechnet hat, dass die jetzt so früh schon aus dem Film aussteigt. So, weißt du, Samuel Jackson in Deep Blue Sea und so. Irgendwas bringt es nicht mehr zusammen. Irgendwas gab es da, glaube ich, noch einen Aspekt, der für den damaligen Betrachter überraschender war als für André in 2000 irgendwas. Ja, also wenn ich es auch richtig im Hinterkopf habe, war sie da, war Janet Leigh's berühmteste Rolle und ich glaube, es war tatsächlich auch so ein, weil sie auch etabliert wird, wie in den damaligen Filmen, so die weibliche Hauptfigur und der wird eine männliche Hauptfigur zur Seite gestellt und dann wird, hast du, glaube ich, schon auch damals so einen Samuel L. Jackson Moment gehabt. Und ich glaube, was für die Leute überraschend war, war der Grat an, ja, Frau unter einer Dusche sehen und so, nackt. Ich glaube, das allein, das war auch schon so, hat auch noch natürlich dazu beigetragen. Ich meine, wir reden hier über eine Ära, in der es im US-Fernsehen nicht üblich war, dass man ein Badezimmer zu sehen bekommen hat. Da galt das als unschicklich. Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch nur ein paar Jahrzehnte her, dass sie noch hier Zellophanfolie bei Coszenen dazwischen gespannt haben oder weißt du irgendwas? Ja, Bodydouble. Die Prüderie im Film, im US-Film insbesondere, ist ja bis heute noch nicht komplett aufgelöst und man kann sich vorstellen, dass das damals sicherlich noch erheblich anders war in 1960. Ich würde aber noch gerne einen Aspekt wieder zurück auf den Spielebereich, nämlich wenn wir bei diesem ganzen Marketing-Hype um Plottwist sind, eine Sache, die ich immer, und ganz frühes Beispiel, eine Sache, die ich immer wieder auf den ganzen Listen, the best and worst Plottwist sind Videogames und so. Ich hab da einige vorher gewälzt. Es tauchen in der Regel bis auf wenige Ausnahmen immer dieselben Spieler auf. Und eins, was in der Regel dauernd auftritt als großer Plottwist, und wo ich jetzt auch sag, was ich eigentlich ein Marketing-Twist und kein Plottwist, ist Metal Gear Solid 2. Was ja bei vielen aber als Bait and Switch eher angekommen ist. Also hätte sie die Marketing-Kampagne versucht zu verarschen, also ganz kurze Erklärung, man denkt am Anfang, man spielt auch den Protagonisten aus dem ersten Metal Gear Solid, nämlich Solid Snake, und dann wird das nach einer einführenden Mission ausgetauscht und man spielt eben Raiden, also jemand ganz anderen. Und dieses, oh mein Gott, sie haben mir suggeriert, ich würde meinen geliebten Charakter weiterspielen und jetzt spiele ich irgendwie diesen blonden Jüngling. Das geht so nicht. Das ist ja aber auch wieder so ein falscher Protagonist-Moment. So wie Janet Levy, Samuel L. Jackson und Co. So als Stilmittel ja eigentlich sogar eine coole Idee, aber ich glaube, da war halt einfach die Sache, in der ganzen Vorberichterstattung hielt man das halt geheim. Und es war jetzt nicht nach der Hälfte des Spiels ändert sich das, sondern es war wirklich alles, was man vorher gesehen hat, also das ganze Marketing des Spiels war auch drauf ausgelegt, die Leute sollen denken, hä hä hä, passiert, und dann spielen sie aber doch jemand anderen und ist das nicht cool? Und hier, das ist eigentlich weniger ein Plot-Twist als ein im Vorfeld gezielt falsche Erwartungen-Schür-Moment. Das ist nichts, was sich das Spiel verdient, das hat das ganze Pre-Release-Hype-Marketing vor dem Spiel sich verdient, was das Ganze auf eine, finde ich, andere Ebene als ein Plot-Twist hebt. Trotzdem ein interessantes Beispiel und etliche Jahre alt. Ja, ich meine, das sind ja, es gibt ja viele, die einfach mit den, die versuchen, die Erwartungen zu unterwandern. Man könnte ja auch sagen Assassin's Creed 3, wo man ja, nominell spielt man ja immer die Assassinen und jetzt spielt man erst mal am Anfang einen Templer und das ist dann auch noch der Vater der späteren Hauptfigur. Das ist ja ein Plot-Twist. Zu einem gewissen Grade, weil ich meine, selbst auf dem Cover und so, du siehst ja schon, okay, du spielst halt nicht, ich glaube, Edward Kenway oder so, wie er hieß, oder? Ja, aber du, genau, nee, dass du den nicht spielst, nicht, aber du spielst den am Anfang und du denkst wie selbstverständlich, weil der ganze Plot so aufgebaut ist, das ist einer der Assassinen, das ist so ein Assassinen-Vorfahr und in Wirklichkeit dann kommt raus ein Templer-Vorfahr. Das ist ein Plot-Twist. Ja, ja, genau, das meine ich. Aber auch da ist halt so, dass die Hauptfigur ausgetauscht wird, ist in dem Fall kein Twist, aber durchaus ein interessanter Mechanismus sozusagen, der ja auch so ein bisschen für Überraschungen sorgt in dem Moment, wo man in das Spiel einsteigt, dass es sozusagen auf den Kopf gestellt ist. Da dachte man so, hä, wen spiele ich denn da? Also auf diese Marketing-Geschichte bin ich relativ zufällig gekommen, weil ich neulich im Autoradio gehört habe, das ist auch schon ein paar Wochen her, als die Filmfestspiele in Cannes waren und da wurde ja der neue Film von Quentin Tarantino aufgeführt und anscheinend habe sich Tarantino, es hat mir lediglich eine Radiojournalistin, eine Kulturjournalistin von Schlag mich tot, keine Ahnung welcher Sender es war, mir dann im Radio erzählt, so der Tarantino hätte sich ja zu, und sie hätten auch entsprechende Unterlagen bekommen, der Tarantino hätte sich nochmal explizit an die versammelten Kritiker gewendet und hätte gesagt, dass sie bitte keine Twists und Plot-Twists und Story-Turns und so weiter, sollen sie bitte nichts von seinem neuen Film erzählen und wie gesagt, ich kann total verstehen, dass Filmemacher insbesondere, weil relativ kurzes Medium und so, dass die ein Interesse daran haben, hätte ich ja auch, wenn ich einen Film, einen Roman, ein Spiel, was auch immer, die Leute, die Journalisten sollen hier nicht meine ganzen coolen Story-Twists und Plot-Twists und so spoilern, aber dieses Marketing, was da auch dahinter steht, das impliziert ja, oh, in dem Film gibt es ganz viele, eigentlich sollte man gar nichts sagen, außer, dass er geil ist, so ein bisschen auf die Schiene, da steckt ja auch schon eine Marketing-Überlegung hinten drin und ich dachte mir, zumindest wenn das früher auch passiert ist, ja, dass versammelte Kritiker, die eine Uraufführung sehen, ja, mehr oder weniger angewiesen werde, nichts über die Handlung zu verraten, zumindest durch die Blume und dann hat man auch gesehen, diese Journalistin, die hat sich da voll dran gehalten und ich saß so halbwegs frustriert im Radio und jetzt sag mir doch wenigstens mal, worum es in dem Scheiß-Film geht. Gut, aber das wird ihr gestattet gewesen sein. Nee, die hatte wirklich Angst. Also keine Ahnung, ob sie wirklich Angst, aber das fühlte sich so an, weil sie dauernd auch wieder diesen Disclaimer brachte, ja, das darf ich eigentlich nicht sagen und so weiter und ich saß da echt relativ frustriert. Bist du halt natürlich dann auch wahrscheinlich dann nochmal doppelt eingesperrt, weil du bist ja auch noch mit einer Öffentlichkeit konfrontiert, die dann eben zu einem gewissen Grad, also in kategorisch völlig unterschiedlichen Graden die Erwartung an dich heranträgt, entweder zu sagen, Spoiler sind grundsätzlich, und selbst der Hauch eines Spoilers ist zu vermeiden, bis hin zu, um Himmels Willen, Spoiler gefälligst los. Also das können wir sogar bei uns beobachten. Also es gibt Leute, die uns im Forum sagen, jetzt labert nicht um den heißen Brei rum, spoilert halt einfach. Und wir haben genauso gut den Fall, dass wir für unsere Begriffe, wir versuchen ja immer so einen Mittelweg zu gehen und sagen, hey, milde Spoiler, insbesondere aus dem Anfang von dem Spiel oder sowas, das muss halt gehen, das machen wir. Das haben wir jetzt oft genug gesagt und wir setzen voraus, dass die Leute damit einverstanden sind. Und da haben wir auch häufig den Fall, dass wir dachten, das ist völlig okay und Leute sagen, oh Gottes Willen, was ihr da gespoilert habt. Ja, wobei natürlich gibt es immer wieder Menschen, denen das zu viel ist und die sich dann beschweren, aber dieser Mittelweg, den wir gehen, das ist eigentlich immer schon, zumindest im Spielejournalismus oder ich würde sagen im kompletten Entertainment-Journalismus, der Mittelweg, den man schon immer gegangen ist, der geht auch heute noch. Also es ist nicht so, als laufen uns hier empörte Menschen, rennen uns die Bude ein oder zünden die Bude an, weil sie es nicht ertragen können, dass wir aus, keine Ahnung, den ersten 10 oder 20 Prozent des Spiels mal auch ein paar relevante Plot-Sachen verraten, einfach um nachher drüber reden zu können, wie gut ist denn der Plot umgesetzt. Natürlich wird es immer welche geben, die sagen, das will ich gar nicht hören, aber das ist so ein bisschen das, was ich vorher meinte. Dann darfst du halt, bis du es gespielt hast, keine Podcasts dazu hören, keine Testberichte. Also es funktioniert halt nicht beides. Du kannst nicht gleichzeitig den Hauptgang und den Nachtisch essen. Also du kannst das schon, aber du wirst trotzdem hin und her wechseln müssen. Ja, genau. Ich wollte halt einfach auf die andere Seite schwenken und sagen, wenn du versuchst, es allen recht zu machen oder wenn du zumindest versuchst, dass du nirgendwo Anstoß erregst, dann bist du halt dann im Falle dieser Journalistin auch vielleicht in so einem Käfig von mehreren Seiten. Ja. Also dann hast du einmal diese Vereinbarung, die du wahrscheinlich unterzeichnen musstest mit dem Verleih, bevor die dir das gezeigt haben. Du hast umgekehrt eine Öffentlichkeit, die sehr unterschiedliche Ansprüche an dich stellt und so. Und wenn du dann da sitzt und sagst, okay, wie mache ich das jetzt, damit hinterher niemand aufgebracht ist, dann wird natürlich der Grad, auf dem du wandeln musst, sehr, sehr schmal. Ja, wobei das auch so, also ich hatte Gott sei Dank den Fall nicht, als es noch diese NDAs gegeben hat, die man da, also die Non-Disclosure Agreement, die man dort für die ganzen Testversionen immer unterschreiben musste. Und ich weiß nicht, wie extrem die heute geworden sind. Also es gab damals durchaus schon Dinge, wo du dann halt bei, ich meine, ich habe mal ein Ding bei Thief zum Beispiel gehabt, wo auch eine lange Liste, also diesem Reboot von Idols Montreal, wo eine lange Liste von Dingen, über die man nicht reden durfte. Und ich meine, ich weiß nicht, war da ein einziger Plottwist in diesem Spiel, außer wie langweilig das war? Ich kann mich nicht daran erinnern. Also es waren halt wirklich so Rahmendinger von der Handlung und darüber auch, und über die Beziehung darfst du nicht reden und so. Also, das sind jetzt aber wirklich keine Plottwists. Aber das war halt echt noch zu einer Zeit, wo du halt gesagt hast, dann schreibe ich halt nichts darüber. Aber wenn du halt diese Blanko-Vollmacht als Journalist sozusagen ausstellst, weiß nicht, ob die mittlerweile nicht an einem Punkt ist, wo ich jetzt sagen würde, dann sorry, dann kann ich keine Review-Keys mehr annehmen. Weil wenn ich darüber nicht schreibe, ist es ziemlich essentiell, darüber was zu sagen, wenn ich das Ding beurteilen will. Also dann ist es, weißt du, du kannst ja aus der Sache wahrscheinlich jetzt auch nicht aus böser Absicht, des Herstellers, aber dann erwächst so ein gewisser Maulkorb raus. Ja, keine Ahnung. Also, in meiner Erinnerung habe ich persönlich keinen gesehen, wo Sachen drin stand, wo ich gedacht habe, so, oh, Moment mal, da fühle ich mich jetzt tatsächlich eingeschränkt. Sondern das waren meistens Sachen, wo ich eher gedacht habe, ja, duh, das würde ich eh nicht spoilern. Da erschlägt mich meine eigene Community, wenn ich das mache. Ja, aber das ist halt, weißt du, das ist halt so ein bisschen die Frage, deshalb dieses Quentin Tarantino-Beispiel, mag sein, dass das in der Zwischenzeit halt viel schlimmer geworden ist. Seit wir die Dinger nicht mehr zu Gesicht kriegen, halte ich für möglich. Don't know. Klar, möglich ist immer alles. Es gibt auch immer Leute, die es übertreiben. Deswegen habe ich auch gesagt, nur die Sachen, die ich persönlich gesehen habe. Es gab ja immer diese Erzählung von Leuten, die nach Paris geflogen waren. Ich glaube, zu einem Event von Metal Gear Solid. Ich meine fünf, aber irgendeins. Ich bin mir ziemlich sicher, es war ein Metal Gear und es war Konami. Und dann wurde ihnen vor Ort ein NDA präsentiert, das ganz erhebliche Einschränkungen gemacht hat, worüber sie sprechen durften. Was Story anging oder, ich glaube, sogar auch einzelne Spielsysteme. Und das habe ich selber nicht gesehen, aber das muss schon echt gepfeffert gewesen sein, weil durchaus ein Teil von denen sogar gesagt hat, so nö, dann fliege ich halt wieder nach Hause. Ich unterschreibe das nicht. Da ist dann wohl jemand mal auch ganz erheblich über das Ziel hinaus geschossen. Ja, wobei es auch interessant wäre, weil wir jetzt vorher drüber geredet haben und über den Stellenwert und so. Wenn ich jetzt heute nochmal einen Bioshock-Test machen würde, wie würde es denn mit dem Twist umgehen? Nein. Also, weißt du, einerseits ist es, glaube ich ... Ein Spoiler-Teil. Genau, ja, wir könnten wunderschönen Spoiler-Teil machen, aber wenn du jetzt noch so klassischer Spielemagazin-Journalist bist, weil einerseits, aus all den heute genannten Gründen, du kannst eigentlich Bioshock ohne den Twist nicht rezipieren, du würdest dem Spiel nicht gerecht werden. Das ist ein absolut elementarer Bestandteil dieses Spiels. Aber ich als Leser hätte auch einen geharnischten Anspruch an dich, dass du mir den nicht verrätst. Und idealerweise auch nicht verrätst, dass der da ist. Ja, aber ist es unmöglich? Du könntest ja theoretisch auch in einem Heft oder auch online sowieso könntest du ja einen Spoiler-Teil abgesetzt machen. Könntest du, ja. Also, es gibt ja ... Du musst ja immer nur gucken, welche Werkzeuge hast du denn zur Verfügung, um da vielleicht eine gute Lösung zu finden. Das ist da vielleicht sehr unüblich. Online ist es schon deutlich üblicher. Da gibt es ja inzwischen sogar so Spoiler-Funktionen. Wir haben ja sogar im Forum Spoiler-Tags, damit man bestimmte Sachen verstecken kann. Und damit eben jemand erst mal hier sozusagen seine Einverständniserklärung via Klick abgeben kann. Ja, ich möchte das lesen, auch auf die Gefahr hin, dass mir halt wichtige Sachen vorab verraten werden. Das ist in einem Heft ein bisschen schwieriger. Aber wenn du das in so einem Kasten absetzt und dann groß irgendwie Vorsicht, hier ist ein Spoiler, lies das nicht drüber, schreibst, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich auch noch ein vertretbarer Weg. Also es gibt halt ... Ja, stimmt, stimmt. Du kannst einiges, du kannst gerade im Heft, kannst du in der Tat einiges machen, was du machen kannst. Wobei ich, ich meine, das ist natürlich eine Krücke. Ja, es ist die einzige Krücke, die mir jetzt akut auch einfallen würde. Aber ich finde es offengestanden auch immer relativ, weißt du, als Krücke halbwegs unbefriedigend, wenn wir hinten noch ein Spoiler-Teil, weißt du? Wenn du halt immer aufpassen musst, das nicht sagen, das nicht sagen, das aufheben für später und dann das Pferd nochmal aufzäumst. Das wäre halt viel schöner. Du könntest sowas aus unserer Perspektive, du könntest sowas alle umfassend machen. Aber da würde ich natürlich als Hörer auch da sitzen und sagen, lass das. Beziehungsweise, okay, höre ich dann mal nächstes Jahr. Ja, genau. So ist es halt mit Kompromissen. Wenn alle gleichermaßen unzufrieden sind, dann war er gut. Guter Kompromiss heißt, alle sind unzufrieden, genau. Ja, aber du merkst es halt vielfach. Ich meine, wir haben zu Red Dead Redemption 2 zum Beispiel den Spoiler-Podcast, den wir extra gemacht haben. Also ich halte es für relativ ... Also es ist abwegig über Red Dead Redemption 2, wirklich ein kritisches Urteil zu fällen, ohne über das Ende zu reden. Das geht nicht. Also für jedes abschließende Urteil ist das relevant. Genauso wie jetzt zig andere Spiele, wo wir jetzt vielleicht teilweise einen Spoiler-Podcast an, beziehungsweise einen Spoiler-Teil dran gemacht haben. Bei anderen ist es jetzt, keine Ahnung, bei so einem Rage 2 oder so, egal. Aber es gibt halt echt einige Sachen, keine Ahnung, ich kann nicht über einen Edith Finch reden zum Beispiel, ohne zu spoilern. Es geht nicht. Also zumindest nicht vernünftig. Aber das sind auch die unterschiedlichen Wertigkeiten von Spoilern wieder. Das ist ja auch interessant. Bei so einem Edith Finch, wo sehr viel halt dann aber auch aus diesem eigenen Erleben erwächst, weil das Coole an Edith Finch ist ja gerade, dass die Erzählung und die Spielhandlung teilweise wunderbar stark miteinander verschränkt sind. Und da nimmst du dann eben doch nicht so viel vorweg, wie wenn das etwas ist, was halt einfach in einer Cutscene einfach nur erzählt wird. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch eine gewisse unterschiedliche Anspruchshaltung an die ganzen Sachen ran. Weil ich bin immer so ein bisschen mit der ... Man projiziert ja gerne mal seine Dinge auf die Welt. Und wenn ich einen Spieletest immer früher auch schon gelesen habe, wenn ich Spielemagazine gelesen habe und mir Spielemagazine gekauft habe, ich wollte halt wissen, wie sind denn die Spiele? Was ist gut dran? Was ist schlecht dran? Worum geht's da drin? Und so weiter und so fort. Es wird halt auch einen durchaus deutlichen Anteil von Menschen geben, die von dem Testbericht eben das gar nicht wollen. Die wollen wissen, dass es geil ist, weil sie freuen sich schon seit drei Jahren drauf. Und jetzt, was sie möchten, emotional möchten von dem Bericht ist, er sagt, ihnen das ist geil. Und wenn er was anderes tut, er ihnen am Ende sagt, das ist scheiße oder nicht ganz so geil, oder ihnen Dinge quasi sagt, die sie nicht wissen wollen, nämlich irgendwelche aus seiner Sicht Spoiler und Plottwists, dann lehnt er das ab. Ja, möglich. Also zumindest als so eine initiale Reaktion. Ist ja häufig so, dass man im Affekt erstmal vielleicht anders reagiert und dann, wenn man Zeit hat zu reflektieren, dann kommt man doch mal wieder zu einer anderen Einsicht. Was ich noch interessant finde, ehrlich, was ich nochmal kurz anschneiden möchte, ist, wir hatten vorhin das Beispiel, du hattest es genannt, von The Empire Strikes Back und Luke, ich bin dein Vater. Was ja ein bisschen widerspricht dem, was wir so definiert haben als einen guten Plottwist, der aber offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Und das ist nicht einer der Momente, wo die Leute sagen, das war ja mal ein total unverdienter Plottwist. Andere Zeiten? Also ich würde stark bezweifeln, dass man diesen Plottwist heute noch einem George Lucas durchgehen lassen würde. Den würde man als Beispiel dafür nehmen, wie schlecht George Lucas geworden ist. Und das war, das ist jetzt, weiß ich nicht, also wenn jetzt Savos nicht existieren würde und würde heute nochmal erscheinen und hätte quasi sonst auch die Merkmale, die es damals einzigartig gemacht haben, ich glaube schon. Ich weiß halt nicht, also erstens glaube ich, ist das halt eine, vielleicht auch gute Inszenierung, kann sowas retten, weil das eine dramatisch sehr cool gemachte Szene ist. Und alleine zum Beispiel auch die Art, wie Darth Vader gesprochen ist und wie ikonisch die Figur ist, das alleine ist halt geil. Also diese Szene ist halt einfach in ihrer Machart und in ihrer Wirkung geil. Und dann vielleicht federt es das ab, dass man sagt so, ja okay, der hat bei seinem Onkel gewohnt und so, aber ansonsten so irre viele Hinweise gab's ja nicht. Ich find's offengestanden, ein grottenelenden Twist. Also sorry, liebe Star-Wars-Fans. Ich find aber einiges an Star Wars nicht ganz so geil wie viele andere und das ist ja auch okay, man kann's ja auch toll finden. Ich find die Szene nicht gut, find den Twist nicht gut. Also ich find das ein Beispiel von einem richtig schlechten Plottwist. Er ist halt einer der berühmtesten Plottwists der Filmgeschichte im kulturellen Verständnis sozusagen verankert. Also ich mein, Luke, ich bin dein Vater, damit kann ja jeder was anfangen im Hinblick, selbst wenn ich's jetzt abseits von Star Wars sage, ah, der wird über irgendeine überraschende Wendung reden. Aber ich find den nicht gut. Ich hätte, könnte dir, könnte, könnte etliche Gründe aufzählen, warum ich glaube, dass er so sehr in einem kulturellen Bewusstsein verankert ist. Genau wie warum Star Wars so sehr in einem kulturellen Bewusstsein verankert ist. Und das wird auch Zeitgeist-Sachen haben und das wird auch Sachen haben, weswegen ich glaube, dass Star Wars zu dem, was es geworden ist, nur, und ich mein, das zeichnet viele große Kunstwerke aus, aber nur in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt dazu werden konnte, an dem es dann tatsächlich auch erschienen ist. Weil es halt eins zu eins den Zeitgeist von jungen Menschen getroffen hat und natürlich auch auf einer technischen Ebene was gemacht hat, was man so vorher im Kino noch nicht gesehen hat und so weiter und so fort. Aber ich find das keinen guten Twist. Ich find das, das ist auch, also ich mein, Darth Vader, ja, der Mann ohne Gesichtsausdruck, wenn er einen Helm trägt, spielt auch noch in der Szene Mark Hamill mal wieder an die Wand. Also ich find das keinen guten Plot-Twist. Ja, also wie gesagt, per se erstmal so nur als, was ist denn ein richtig geiler Plot-Twist, würde ich sagen, ja, find ich auch, kann ich mitgehen. Aber warum funktioniert das Ding hinterher trotzdem? Also erstens würde ich sagen, ich finde, es ist halt relativ unbestritten effektiv und ich glaub nicht, dass das alles nur Zeitgeist hab ich noch nicht gesehen ist. Ich glaub, das ist halt erst, also wie gesagt, ich bin der Meinung, die Szene ist stark in ihrer Inszenierung und in ihrer Wirkung, weil eben so die Schauspielleistung von Darth Vader via Stimme von James Earl Jones ist geil. Die Art, wie das inszeniert ist, ist ziemlich geil. Auch so, ne, die ganze. Und weil es so schön in diese, es ist nicht etwas, wo man sagt, das konnte man wirklich irgendwie großartig vorhersehen. Ich würde aber sagen, es passt perfekt in diese Episode, weißt du, die Rebellen geschlagen, Luke Skywalker in seinem Lichtschwertduell besiegt, Hand ab und dann als Sahnehäubchen obendrauf noch und übrigens, wir zwei sind eigentlich verwandt. Und das nochmal sozusagen abschließend obendrauf zu setzen und auch thematisch eingeflochten in diese ständige Versuchung der dunklen Seite nachzugeben, ist ja auch ein starkes Thema in Episode 2. Und jetzt sozusagen so, hey, wir können als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Ich glaube, weil es sehr stark mit den Themen des Ganzen, dieser Episode 2 harmoniert, funktioniert es dann trotzdem erheblich besser. Ich kann nur zu allem Nein, 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 Nein sagen. Das hat für mich noch nie, noch nie, selbst als Kind hat der Twist nicht, oder als Jugendlicher, ich glaube, ich habe so zwölf oder so das erste Mal Star Wars gesehen, hat der für mich nicht funktioniert. Also ich kann voll und ganz anerkennen, ja, dass du und viele Leute dort draußen das total toll finden. Für mich funktioniert der auf keiner einzigen Ebene, dieser Twist. Also, sorry. Okay, ich hätte gedacht, dass man das zumindest akademisch nachvollziehen kann, weil es ist ja auch die Entwicklung darin verborgen, dass er belogen wurde von seinem Mentor, Ben Kenobi. Weißt du, ich finde halt, ich kann es halt akademisch nicht nachvollziehen, weil du jetzt, viele Sachen ist geil umgesetzt, wo ich grundsätzlich sagen würde, das finde ich nicht. Aber dann müssen wir uns, dann können wir irgendwann mal machen. Aber dann müsste ich mir, weißt du, um da jetzt eine detaillierte Diskussion mit dir drüber zu führen, müsste ich mir die Szene erst mal noch angucken. Aber ich würde halt bei den ganzen Dingen, die du gesagt hast, also jetzt außer James Earl Jones zum Beispiel mit der Stimme, die ist wirklich geil gemacht. Aber bei vielen von den anderen Sachen würde ich sagen, nee, das hat er sich noch nicht mal verdient. Auch motivisch nicht. Die Motive, die du genannt hast, die sind zu plump und nicht gut genug umgesetzt. Und an dieser Stelle, wo das Ganze auch noch antiklimaktisch ist und nö, 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 nö. Aber das machen wir an einem anderen Tag. Ich habe mich sowieso jetzt wieder mal bei den meisten Menschen unbeliebt gemacht. Insofern. Same procedure. Du musst halt auch ständig so falsche, dumme Meinungen vertreten, aus reinem Starrsinn. Warum findest du halt auch solches Mittelmaß? Also nichts gegen Star Wars jetzt, die ganze Firma, die mag ich gerne. Aber dieser Luke, ich bin dein Vater im Moment, wie kann man den gut finden? Gott. Nein, Quatsch. Aber das ist das wirklich. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du den einen guten Plot-Twist findest, was das angeht. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist ein guter Moment. Es ist kein guter Plot-Twist. Aber es ist ein starker, starker Moment. Und der funktioniert meiner Meinung nach aus den genannten Gründen, was so ein bisschen überlagert ist, dass so ein Ding ist, was sie schon sehr, nicht ganz aus der Luft holen, aber schon sehr so, tada! Aha. Also wahrscheinlich fehlt mir in diesem Moment, also ganz einfach grundlegend, dass ich jemals mit der Figur des Luke Skywalker irgendetwas anfangen konnte. Also ich finde, das ist immer mein großes Problem bei den U.S. Star Wars gewesen. Vielleicht hätte ich ihn mit sechs geguckt, wäre das jetzt irgendwie anders gewesen. Oder mit sieben, als hätte ich ihn mit zwölf oder dreizehn geguckt. Aber das war immer ein Typ, der nicht wirklich gut schauspielert, mit dem ich nicht wirklich mitfiebere, der nicht wirklich toll für mich als Protagonist funktioniert. Und weißt du, das war für mich nie ein, weißt du, sowas wie, keine Ahnung, so ein Moment in irgendeinem anderen Film, den ich jetzt so in einem ähnlichen Kosmos gesehen habe, wie jetzt in so einem Braveheart oder so von Mer Gibson gespielt, man kann von Mer Gibson halten, was man will, aber als Schauspieler 100 Klassen besser als Mark Hamill, dann hätte es vielleicht bei mir besser funktioniert. Aber Luke Skywalker als Figur funktionierte bei mir einfach noch nie. Ich fand den noch nie so empathisch, das war keiner, mit dem ich mitgefiebert hätte und Co. Und deswegen geht mir der Moment halt vielleicht auch einfach völlig ab. Hans Solo halt. Ja, ja. Hans Solo, deswegen habe ich Star Wars geguckt. Hans Solo war cool. Ja, und jetzt podcastest du sogar mit ihm. Ja, ich podcaste mit mir selbst. Und mit Chewbacca. Ja, und mit diesem Plottwist, meine Damen und Herren, entlassen wir sie aus diesem Podcast. Keine Plottwists gibt es bei der Abmoderation. Da bitte ich wie immer darum, wer noch nicht auf iTunes gewesen ist, um uns eine Bewertung zu geben, tun sie es jetzt. Vergeben sie ihre Bewertung nach freien Stücken, aber im Herzen, tief drin, wissen sie, dass es die Fünf-Sterne-Wertung ist, die verdient ist, TM. Und außerdem können sie Bäcker-Werten dieses Podcasts unter gamespodcast.de slash Abo sich all die wunderbaren Bonus-Inhalte sichern, wie zum Beispiel die zwei, die wir hier in dieser Folge ungeplant und trotzdem total slick erwähnt haben. Und das Ganze geht auch auf patreon.com slash auf ein Bier. Wie immer der Hinweis, wir gehen auf Tour im November, Dezember, Januar. Schauen Sie vorbei auf gamespodcast.de slash Tour. Holen Sie sich Tickets. Wir haben jetzt nochmal aufgestockt übrigens in Essen. Wir wurden upgradet. In Essen gibt es jetzt neue Tickets, nachdem sie vorher, wenn nicht vergriffen, dann kurz vor vergriffen waren. Wir kommen da jetzt auch in einen größeren Raum, Essen. Also, ja, Step Up. Das könnte sozusagen die größte The Pod Live Audience ever werden. Ich muss an der Stelle, ja, weißt du, Essen, wir haben jetzt abgegradet um den Faktor, ich glaube, 3,5 oder so. Weil das war die, ja, genau. Wir sind ja Gott sei Dank nicht größenwahnsinnig oder so. Das heißt, falls sie in der Nähe von Essen wohnen und an dem Wochenende oder unter der Woche noch nicht so viel vorhaben, also unsere Mütter müssten echt viele Tickets kaufen. Ja, oder auch nicht. Also auch wenn sie weiter weg wohnen von Essen. Ja, ja. Auch wenn sie aus den USA einfliegen müssen. Alle dahin, ja, damit wir nicht hinterher das Gefühl haben, ich meine, wie sollen wir denn hinterher, nehmen wir mal an, wir machen Bilder, was das in der Nachbearbeitung wieder an Zeit und Geld kostet, diese ganzen leeren Reihen irgendwie zu füllen. Also, ich finde, notfalls finde ich dann auch Luke Skywalker geil. Ja, genau. Sehen Sie? Ja. Wenn wir Essen voll bekommen, dann wird Jochen Gewauer in einem Podcast nochmal offiziell über seine Liebe zu Luke Skywalker sprechen. Mhm. Ja. Und dann kommt raus, ich bin dein Vater. Ja. Wie? Hä? Du bist nicht der Vater von Han Solo. Und wie immer, der Hinweis, schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de, aka das beste Spieleforum der Welt, um über diese Folge zu diskutieren oder was auch immer sonst euch gerade am Herzen liegt. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.